Julius, haben wir ein Jingle? Yes! Das war der Unterwasser-Traum-Himmel-Themesong tatsächlich. Das ist auch die Musikrichtung. Unterwasser-Himmel-Traum. Underwater-Heaven-Dream. Na, kennst du das? Wenn man in das Level reinkommt, dann kommt so eine Musik, während die sich kurz umgucken. Genau. Und das ist eigentlich so ein Himmel, der unter Wasser ist. Genau. Und dann kommt die Unterwasser-Leiche. Nee, dann merkt man von wegen, scheiße ist es der Wassertempel. Auf den habe ich überhaupt keinen Bock. Ich hasse Wasser-Levels. Ich hatte gerade Angst, dass ich nicht aufgenommen habe, aber ich habe nur aus Versehen was gedrückt. Aber es ist alles super. Das ist sehr gut. Das war nämlich jetzt schon mega. Ja, ich wollte auch was von der Wasser-Leiche noch erzählen in Form eines Kindes. Aber dann ist es sehr gut. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Festzustellen, dass man von Kinder Wasser-Leichen umgeben ist oder zu merken, scheiße, es ist der Wassertempel. Kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, der Wassertempel ist schlimmer. Vermutlich. Ja. Du kennst es nicht von Zelda, oder? Die schlimmsten Level sind die unter Wasser. Nein. Das ist immer so. Oder bei Super Mario war es auch so. Furchtbar. Ich kenne gar nichts. Bei GTA gibt es keine Wasser-Levels. Naja, aber doch. Klar, kann man bei GTA unter Wasser. Musste man unter Wasser? Oder musste man mit dem U-Boot irgendwo hin? Also in irgendeiner Folge musste man, glaube ich, auch mal irgendwo unter Wasser ganz viel schwimmen. Folge. Also in irgendeinem Teil. Aber ich glaube, es gibt doch im GTA 5 gibt es doch diesen Koffer, den man, also ich habe mal irgendwann mir Cheats angeguckt von GTA, und da gibt es diesen einen Koffer in einem Flugzeugwrack oder Schiffswrack. Ja, ja, genau. Da musst du mit dem U-Boot runter, das meine ich. Nee, eben nicht. Du musst da hinschwimmen, dann tauchen, und dann musst du sozusagen in dem Moment, wo du den Koffer dir geholt hast, musst du speichern, dann sterben, dann nochmal fünfmal um die eigene Achse, dann nochmal dich in den Hund verwandeln, und dann kannst du nochmal zurück, und dann hast du wieder Geld. Dann ist der Koffer wieder da, und so kannst du Millionen von Geld scheffeln. Das ist geil. Ach Gott. Das ist dann wieder viel zu aufwendig. Ich habe das einmal probiert, dann, weil mich das interessiert hat, und ich habe es natürlich nicht hingekriegt, und dann habe ich es gelassen, weil es mir zu doof war. Und dann habe ich lieber mein Geld auf ehrliche Art verdient mit Autodiebstahl und Mord. Und wahrscheinlich haben die dann auch gesagt, von wegen, du musst dich dabei dann filmen und das dann auf YouTube stellen oder dem Hashtag, und dann haben die sich mal ganz doll gefreut, wenn Leute das gemacht haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Hallo Leute, hallo auch liebe Neuangekommenen. Vielleicht gleich am Anfang die Warnung, Vorsicht, es könnte sein, dass wir in diesem Podcast nicht direkt, sage ich mal, rechte Ideologien feiern oder Sorry. Ja, oder Corona leugnen. Und wir sagen halt auf jeden Fall, jetzt all lives matter, all lives matter, na ja, so. Ja, also wir sind, wir sind hier, das ist ein vernünftiger Podcast. Also wir sind hier. Wir werden leider von der Bundesregierung gesponsert. Genau. Wir müssen jede Folge absegnen lassen von Frau Merkel. und falls ihr damit, falls ihr da nicht mitspielt, weil ihr anders frei denkt, dann sorry. Dann, dann versucht zwischen den Zeilen zu lesen. Vielleicht findet ihr ja irgendwas, was, was noch nicht öffentlich-rechtlich verseucht ist. Wenn man meine, wenn man meine Anfangsbuchstaben der Sätze, die ich sage, zusammen, also untereinander liest, kommt da immer Hilfe raus. Genau, genau, weil wir sind nämlich eigentlich gefangen im Körper, wir sind nämlich eigentlich gefangen im Körper von Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Fernseins, aber eigentlich, eigentlich sind wir Attilisten. Und, und, das, das war ganz wichtig, mir das am Anfang klarzustellen, damit ihr wisst, woran ihr seid bei diesem Podcast, bei dem wir uns jetzt die nächsten, ich denke, anderthalb Stunden in etwa. Und wir schreien auch Omas an, also zumindest 50 Prozent des Podcasts. Schrecken nicht davor zurück, ältere Leute anzubrüllen. Nee, es wäre auch total Quatsch, ältere Leute nicht anzubrüllen. Das ist super wichtig. Mir ist schon wieder was passiert. André. Also irgendwie, irgendwie gibt es jetzt so langsam entwicklichen Problemen mit Omas. Ähm, aber diesmal, ich war schon wieder nicht dran schuld. Ja. Und, und folgendes ist passiert, und ich hasse es, dass ich jetzt, dass anscheinend, hat die, hat die Oma, die ich angeschrien habe, hat das jetzt allen anderen Omen erzählt, äh, weil ich glaube, die sind alle miteinander verbunden, in so einer, alle Omas kennen sich, alle Omas sind miteinander verwandt. Logisch. Klar. Natürlich. Ja. Und da haben die das halt davon erzählt, und jetzt hassen die mich alle, und ich stand nämlich vor dem Supermarkt, und da war es halt drinnen noch so ein bisschen voll, deswegen gab es so eine kleinere Schlange, also ich fünf Leute oder so. Dann habe ich mich hinten angestellt, wie man das halt macht, dann kommt so eine Oma an, stellt sich direkt vor mich, guckt mich an, und sagt so, sind Sie der letzte Schlange? Und ich gesagt, ja, bin ich. Und dann die so, okay. Dann hat sie sich hinter mich gestellt, dann hat dabei so, hat sich hinter mich gestellt, dann steht neben ihr so ein Opa, und sagt zu mir von wegen, na, ich hätte sie ja vorgelassen. Und dann sagt die Oma zu dem Opa, nee, so sind die jungen Leute, heutzutage einfach nicht mehr. Und dann haben sie angefangen, sich darüber zu unterhalten, warum ich so ein schlechter Mensch bin. Diese Arschlöcher, wirklich. Ey, die waren, die waren zwei Meter vom Eingang, entfernt. Das ist lustig, und haben sich die ganze Zeit einfach mega gemobbt. Genau. Nee, das machen sie einfach nicht mehr. Früher, da hätten sie ja noch vorgelassen. Nee, wirklich nicht. Ja, ja. Immer schwarz angezogen, die haben heute immer so schlecht gelaunt. Nee, nee, nee. Alter, ey. Und das Ding war, dann habe ich so überlegt, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt wirklich zu dem, also werde ich jetzt zu dem, dass sie gerufen hat, und werde jetzt wirklich unfreundlich? Oder tue ich einfach so, als ob ich es gar nicht gehört habe, und keine Ahnung. Ich habe da nichts gemacht, weil ich dachte, ich habe schon genug Ärger mit denen. Es überrascht mich. Es überrascht mich wirklich. So kennt man mich eigentlich nicht. Nee. Normalerweise hätte ich sofort die Einkäufe fallen gelassen. und dann, jetzt fahren sie mal zu. Hä, ich dachte, du standst am Kaufhaus. Ja, aber ich stelle mich meistens dann draußen nochmal an. Ah, okay. Einfach um zu zeigen, hier, ich habe eingekauft. Ich habe was vergessen. Scheiße, ich muss nochmal rein. Ich wollte nochmal weg. Für Spaghetti brauchst du auch Nudeln. Ja. Ja, gibt es hier Kaugummis? Ich brauche noch Kaugummis. Ja, so Zigarettenformen, die gab es früher immer. Kaugummizigaretten, kennen Sie? Früher, als die jungen Leute noch netter waren. Ja, genau. Alter Schwede. Das ist wirklich, du hast es echt schwer getroffen. Und ich hasse das halt, was ich wirklich hasse. Ich kann sowas ganz gut ertragen. Aber was ich nicht ertragen kann, ist, wenn ich zu Unrecht so behandelt werde, irgendwie behandelt werde. Wieso zu Unrecht? Du hast sie ja nicht vorgelassen. Ja, weil das waren zwei Meter bis zum Eingang. Ja, aber es waren noch fünf Leute vor dir. Außerdem hat sie gesagt, dass es okay war. Ja gut, aber, ja, aber was würdest du machen als höflicher Mensch? Du würdest da auch sagen, nee, ist okay. Wenn du irgendwie ankommst mit so einem halb abgehackten Bein. Und dann würde ich danach im Podcast drüber erzählen, wie jeder normale Mensch, dass die so unfreundlich sind, aber doch nicht da vor Ort. Du, vielleicht hat die Oma auch einen Podcast. Stimmt. Wahrscheinlich hat die so einen Podcast. Erzählen Sie davon. Ja. Wie unfreundlich die Leute geworden sind. Wie könnte der heißen? Der alte Podcast? Der Oma-Podcast? Der Grand-Cast, nee. Nee, Oma erzählt vom Krieg. Ja, genau. Ja. Meine, meine, ach, keine Ahnung, so spontan bin ich gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin für Wortspiele heute auch, also ich bin gar nicht so in dem Sinne müde. Mir geht es auch total gut. Das Kind hat auch nicht heute Nacht mega genervt. Das war mega geil. Das war der absolute Hammer. Mir tut nichts weh. Nee, ich habe schon was geschafft. Was gibt es noch für Sachen in dem Scheiß? Bingo. Ich reg mich auch nicht auf über, ich hatte ein sehr angenehmes Wochenende ohne Corona-Hassvorfälle und es ist alles super. Also bis auf, dass natürlich Rassismus ein schwelendes Problem ist, mit dem sich alle beschäftigen sollten. Ich habe heute früh schon guten Morgen Bolognese gegessen. Ah, na gut, aber das ist ja auch. Wenn ich das öfter mal mache. Das ist schön, das ist der beste Start in den Tag. Liebe Freundinnen und Freunde, die da draußen zuhören. Hier von wegen halb zehn Knoppers, so ein Quatsch. Halb zehn Teller Spaghetti Bolognese. Das ist auch nicht das erste Mal, dass du sowas erzählst, André. Du machst gerne, das haben wir doch schon mal gesagt. Ich bin Stier, Julius. Ich bin ein Tier der Gewohnheit. Stier der Gewohnheit? Ja, ich bin ein Stier der Gewohnheit. Das ist für mich Stiere Unvernunft. Ja, so ist es. Ja, trinkst du auch gerne Stierker Feuerstein? Nee. Nee? Nee, ist ja Schnaps. Blöde Frage. Ich wollte nur den Wortwitz machen. Ich weiß, dass du keinen Schnaps trinkst. Ich würde so gerne auch ein Wortspiel machen. Mach doch. Kann ich nicht. Mir fällt nichts ein. Aber warum denn nicht? Weiß nicht. Das ist Stiere Unvernunft. Fuck, das hast du schon gesagt. Ja, dann stier doch mal ein bisschen in dein Inneres und guck, ob du da was findest. Äh, nee, da ist gerade nur Bolognese. Wenn ich in mich reinschaue, sehe ich nur so einen See aus Bolognese, auf dem so ein Nudelschiff fährt. Ah ja. Ja, ist der Stiere Wahnsinn. Es ist der Stiere Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so das krasse Wortspiel. Nee. Weil das gab es ja schon mit Stier. Es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Es ist doch klar, dass du bei Wortspielen eher verstieren wirst als ... Ich glaube, das Ding bei Wortspielen ist, du darfst keine Angst davor haben, ganz, 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 ganz schlechte zu machen. Ich weiß. Die gar keinen Sinn mehr ergeben, weil erst dann, erst dann, wenn du bereit bist, die Schleusen komplett zu öffnen, bist du in der Lage, die guten zu produzieren. Das ist, glaube ich, das ist der Punkt. Früher habe ich ja auch immer beim Schreiben so darauf gewartet, ob jetzt die Inspiration kommt, ob ich jetzt den Text schreibe, der alles verändern wird, so ein sächsisches On the Road oder so. Und dann bin ich drauf ... Keine Road-Movies. Nein. Ich bin dann aber drauf gekommen, irgendwann, das ist Quatsch. Man muss einfach kontinuierlich arbeiten, dann funktioniert das schon. Julius, liest doch mal On Writing von Stephen King. Es ist wirklich so ein tolles Buch. Aber ich will doch keine Horrorgeschichten schreiben. Nein, gar nicht. Da geht es ja einfach, größtenteils geht es, ist es ja die Biografie von Stephen King zu Dreiviertel. Und am Ende sagt er so, Ah, Entschuldigung, es sollte ja so ein Wie werde ich großer Bestseller-Autor-Buch werden? Und deshalb hier meine 10 Tipps auf irgendwie 10 Seiten. Und dann ruppt er die da schnell runter. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Weil da geht es nämlich genau darum, dass der sagt von wegen, es gibt keine Muse. Klar gibt es, dass einem mal was einfällt und was nicht. Aber ansonsten ist es einfach stinknormale Arbeit. Man kann viel handwerklich machen. Und was es zum Kunsthandwerk macht, ist dann das letzte Detail. Und die Idee und Glück und bla bla bla. Und ansonsten setzt sich halt hin und schreibt. Genau. Nicht immer nur jammern, dass die anderen besser sind oder so, sondern einfach machen. So in etwa. Oder halt einfach jemanden besorgen, der sich neben die Besseren stellt und dann sagt von wegen, früher waren die noch nicht gut. Genau. Und dann können alle da rein einstimmen und dann ist der nämlich der Böse. Stimmt. So machen das die Omas mit mir. Oh Mann ey, du bist wirklich, du bist das, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du bist ja wirklich, was ist da nur mit dir pastiert? Oh je, pastiert. Ja, pastiert ist, das ist schon, das ist das, was ich meine. Einfach mal auch die Beschissenen rauslassen. Es ist sonst bei mir gar nicht so mega viel passiert. Ich merke wirklich wieder, dass ich mittlerweile zerstreut werde. Ich wollte Roast aufnehmen, endlich mal wieder draußen, bin da hingefahren, wo ich es immer aufnehme und habe dann gemerkt, dass ich die Speicherkarte vergessen habe. Da bin ich einfach wieder zurückgefahren und habe es doch wieder zu Hause aufgenommen. Wow. Das war so. Und du wusstest schon währenddessen, dass das, dass das, das muss auf jeden Fall im Podcast, habe ich gedacht. Dass das eine richtig kacklangweilige Geschichte ist und du hast nicht überlegt, sich noch durch irgendwas aufzupeppen, wie keine Ahnung, Es ist ja, es ist halt einfach nichts passiert. Du hättest doch aber noch irgendwie so eine Nazirentnerin einbauen können oder irgendwas. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber, ich weiß nicht, wenn, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, so unspektakulär, dass diese Unspektakularität oder wie auch immer man es nennt, ähm, die eigentliche Attraktion ist. Und ich habe auch gedacht, vielleicht ist es so. Klar, man kann sich das schönreden. Und in, und in einigen Fällen zum Beispiel. Das ist auch die erfolgreichste Sendung im Film gewesen, die Truman Show. Das stimmt. Und, äh, da ist auch nur gelebt worden, ganz normal. Ja, es ist so ein bisschen so wie, wenn ich die Truman Show bin, die armen Leute, die, sorry, wenn ihr das sehen müsst. Wenn ich, wenn das wirklich so ist, dass es eine Show über mein Leben gibt und das jetzt gerade passiert, sorry, sorry, dass es nicht so geil ist. Nee, ich glaube, es ist doch relativ spektakulär. Ich glaube, alle insgeheim glaube ich es auch. In deiner, in deiner Banalität bist du glaube ich, was heißt Banalität? Das war, das klingt zu fies, in deiner Normalheit, äh, bist du glaube ich schon außergewöhnlich. Ich, insgeheim glaube ich es auch. Also wenn man es gut schneidet, kann man glaube ich, also ich würde nicht 24 Stunden Stream machen wollen, aber gut. So 23,5. Aber so 10, 10 geile Minuten täglich kriege ich hin. Weißt du? Aber, ja, aber sind die dann, sind die dann normal? Sind das normale 10 Minuten? Also ist das dann einfach nur komprimiert? Wie du zur Post gehst? Schon so pointierte, pointierte Normalität würde ich es nennen. Das gefällt mir. Weißt du, da passt, natürlich gehe ich nur zur Post, aber irgendwas Geiles passiert da schon noch. Oder irgendeine geile Aktion oder so ein guter Satz oder so. Genau, es ist so ein bisschen edgy. Also so, so minimal edgy. Vielleicht ist die Einstellung schräg. Und es ist halt auch viel mit Running Gags wird gearbeitet. Zum Beispiel vergesse ich dann einen Tag lang bei allem, was ich mache, meine Maske. Also da muss ich immer wieder zurückgehen und die noch holen. Ja, finde ich gut. Dann nimmst du den Einkauf von morgen, nimmst du überall hin mit. Ja. Ja. Um ihn rumzuzeigen. Ja. Was noch? Dann ist irgendwas mit einem Paket. Also immer, wenn du nicht zu Hause bist, klingelt der Postbote. Ja, auf jeden Fall. Oder die Postbotin. Und schmeißt es dann hoch auf den Balkon. Genau. Kommt aber nur bis zum Ersten. Ja. Und dann muss ich da immer klingeln und da wohnen ja die mit dem Kind und die sind immer genervt von mir. Und dann wohnen die mit der Katze, die du kaputt gemacht hast. Nee, ganz unten. Und dann bringe ich Merci mit und dann sind die aber Laktoseintolerant und finden das eine Beleidigung und hassen mich dann noch mehr. Toll. Ich merke jetzt schon, das wird also ... Das ist eigentlich eine geile Sendung. Es ist pointierte Normalität. Ja. Es ist eigentlich eine gute Sendung, finde ich jetzt auch schon. Habe ich beim letzten Mal eigentlich erzählt, dass mir jetzt ... Ich habe das erzählt, oder? Dass mir neben dem Glatzenrasierer, was mir sonst noch angezeigt wird, immer ... Wie? Kannst du dich erinnern? Ach so, als Werbung, nee. Nee, nicht als Werbung. Oder ich weiß es nicht genau. Mir wird jetzt bei Facebook immer vorgeschlagen, zwischendrin, dass ich mir Videos ansehen soll, das habe ich doch erzählt, oder? Von Traktoren, von dem Spieler LPG Ostharz. Ach so, doch. Wo ich gemeint habe, da gibt es ja bei Twitch auch so Leute. Ja, lustig. Genau. Und das ist sozusagen ... Das denkt Facebook von dir. Ja, aber das müsste dir doch eigentlich auch angezeigt werden. Nee, weißt du, was mir angezeigt wird? Das habe ich gestern festgestellt, ist nämlich, weil meine Freundin hat irgendwie in irgendeinem Prospekt dieses Gerät gesehen. Und ich habe gesagt, und fand es total lustig, und habe gesagt, ist das ja nicht lustig? Das wird mir seit einem halben Jahr, oder seit Anfang Corona, ständig als Werbung bei Instagram angezeigt. Dann habe ich ihr das tatsächlich abends noch gezeigt, weil das wurde mir wieder angezeigt. Nämlich, hast du das schon mal gesehen? Ein Gerät, was kein Gerät ist, sondern nur so ein Ding, was man sich über den Finger stülpt, und das hat vorne einen Haken dran und so eine Ecke. Und das benutzt man dann statt seiner Hand, damit man sich nicht infiziert. Mit dem Haken öffnet man dann die Tür, und mit dem Ding tippt man auf, tippt man beim Konto, Geldautomaten rum. Oder beim Fahrstuhl. Genau. Das wird mir angezeigt. Das denken die von mir. Das wird mir nicht mehr angezeigt, weil ich bin draufgegangen und habe es bestellt. Ja. Und wie ist es? Ist geil. Ich habe, also, ich weiß nicht, ich habe, wir haben ja auch schon bei den Masken gesagt, Mut zur Vorreiterschaft, und vielleicht ist das wirklich so ein Ding. Vielleicht muss man das einfach machen. Vielleicht wird es auch so ein, das frage ich mich über bei Rappern, weißt du, die Rapper haben ja irgendwann, die haben ja auch so Dinge, die die dann immer in die Kamera halten, und man hätte sich früher gedacht, Alter, das ist total bescheuert. Und mittlerweile ... Zum Beispiel Kölz-Zähne? Oder 500-Euro-Scheine? Oder was meinst du? Ähm ... Äh, mir fällt jetzt gerade gar nichts so richtig ein, aber ... Pistolen? Nee, Pistolen auch nicht, aber ... Hühnchen zum Beispiel. Also, dass sie so, einfach so Hühnerteile in die Kamera gehalten haben, und das ist so ein Rap-Symbol geworden ist. Okay. Wo ich früher gedacht hätte, okay, das erklärt sich mir nicht, aber vielleicht ist das auch so. Wegen Hochschicks oder was? Nee, weil die einfach ... Sexistische ... Rapper stehen einfach auf gebratenes Hühnchen. Okay. Und vielleicht ist das so bei mir, vielleicht muss ich dann in meiner Sendung immer dieses Ding hinhalten und damit auch so posieren, damit das dann auch so wird. Und am Anfang lachen natürlich alle, aber in einem halben Jahr haben das dann alle, und dann werde ich so denken, ja, äh, früher habt ihr gelacht. Aber mir würde das auch ganz gut gefallen, wenn Rapper dann so Sachen in die Kamera halten würden. Also, wenn wir jetzt mal von diesem Konzept ausgehen, ich weiß nicht, welche Rap-Videos du meinst und welche Rapper, aber gehen wir davon aus, dass die das machen, Snoop Dogg oder so, aber halten die dann auch so Sachen in die Kamera, wie ihre Hausratsversicherung oder ihre Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel oder so. Ja, oder wie es dann losging, von wegen, dass die plötzlich alle so Masken getragen haben, so Bones MC hat ja nur so Masken getragen, wo ich dachte, irgendwie, die Masken sieht total affig aus, aber der hat das cool gemacht. Der hat das durchgezogen, so lange, bis es cool war. Und jetzt fangen wir alle Masken. Dann ist jetzt neue schutzsichere Westen ist jetzt auch das neue Ding. Verstehe. Sowas. Und schutzsichere Westen, hast du schutzsichere Westen gesagt? Die sind so sicher, dass sie selbst vor Schutz sicher sind. Es sind Antischutzwesten. Ja, eigentlich sind die durchsichtig. Eigentlich sind die das Gegenteil, es ist einfach so Frischhaltefolie. Ja, genau. Antischutzwesten. Schutzsichere Westen. Also mit denen, also mit denen können sie sich auf jeden Fall, also wenn sie das vorhaben, mit denen können sie sich auf jeden Fall nicht schützen. Ja, also die sind absolut schutzsicher. Ja. Ja, sowas. Und ich habe mir auch mal gefragt, von wegen wie die Rapper das machen, weil irgendwann ging das doch mal los mit so Labeln, dass die alle, alle haben plötzlich nur noch ein Label getragen und das kannte vorher keine Sau und plötzlich wollten das aber alle haben, weil Puff Daddy das getragen hat. Fischbone. Und das gab es aber vorher gar nicht. So, haben die, haben die Rapper einfach irgendwo was gesehen im Laden und haben gedacht, geil, da ist so eine Fischgräte drauf, das finden wir jetzt cool und dann halten wir das überall hin und sagen, ey hier, wenn du das nicht anders bist, bist du kein cooler Dude. So, und die ganzen Kids kauft es natürlich auch oder kam die Firma zu denen, hat gesagt, ey, wir würden euch gerne damit für immer ausstatten, könnt ihr das dafür dann immer tragen? Ich würde sagen, mal so, mal so. Ich denke, das ist wie bei den, wie bei den Influencern. Also ich denke, Rapper waren, waren diesbezüglich natürlich total die Influencer, so wie das, was weiß ich, in, schon, oder? Ja, na klar, so wie das, so wie das die, so wie das die, die Rock'n', die Rock'n'Roll-Stars in den 50er, 60er Jahren sicherlich genauso waren, wie, was weiß ich, die Nazi-Schauspieler innen, im Dritten Reich oder so, die haben immer irgendwas, irgendwelche Accessoires gehabt, die dann alle wollten. Ja. Ich habe jetzt eine relativ lange, relativ, also keine Ahnung, das fing sicherlich irgendwann an. Das fing, also wahrscheinlich war es so, dass, selbst in der Steinzeit schon, da hatten halt alle, hatten halt nur so einen normalen Ast. Genau, dann kam der mit dem Faustkeil um den Hals. Um die Säbelzahntiger, um die Säbelzahntiger zu zerkloppen und dann gab es aber den einen Typen, aber nicht, aber der hat den nicht selber gebaut, der hat den von einem anderen, ne? Also da gab es den einen, Der hat den im Laden da gesehen, in der Höhle. Genau, da gab es den Typen. Sonntags beim Höhlenfensterbummel. Exakt, exakt. Es gab halt da diesen, in der Steinzeitgesellschaft dann diesen einen Typen und dem ist bei einem Höhlen ein Sturz, in dem die, wurden dem die Beine gebrochen. Ja. Und der konnte dann dementsprechend nicht mehr jagen gehen, war aber, hatte aber sehr, sehr geschickte Arme und hat aus den, hat, also der musste, der lag ja dann unter diesem Steinhaufen und musste da erstmal freikommen. Und dabei ist ihm, dabei ist ihm aufgefallen, dass man mit einigen Steinen besser den Stein klein schlagen kann, als mit anderen Steinen. Ja. Und so ist der erste, so ist der erste Faustkeil entstanden und er hat dann wiederum, um, um, um sozusagen, er hat dann gehandelt mit seinem Bruder, der nicht betroffen war von dem Steinschlag, weil er hatte ja Hunger und der Bruder hat ihm dann einen Säbelzahntiger-Hüfte gebracht und er hat ihm dafür den Stein gegeben. Und dann haben das die anderen Steinzeitleute gesehen und fanden es geil und dann hatte der Typ sein Leben lang Supplies mit Säbelzahntiger und hat, äh, die, die Faustkeile gebaut. Ich find ja das geil, also ich hab jetzt grad so überlegt, da gab's ja dann wahrscheinlich auch Rapper in der Steinzeit und die haben dann wahrscheinlich auch sich den Faustkeil einfach so um, so ein Loch reingehauen und dann sich den um den Hals gehangen und der andere hatte so, hatte so, hat sich so die Säbelzahntigerzähne in die Zähne gesteckt. Ja, so, genau, also so hier, bling, bling, wie heißt das? Grills. Grills, genau. Und, und dann das Geilste, was ich ja, was ich ja wirklich richtig stylisch finde, äh, es ist natürlich irgendwie, müssen dafür Tiere sterben, deswegen ist es eigentlich nicht so geil, aber es sieht super geil aus, wenn die, wenn die Leute bei den Mayas oder den Azteken, äh, immer so, so ein Tigerkopf auf, über dem Kopf haben, weißt du? Ja. Kennst du das? Das finde ich einfach, sieht einfach ultra stylisch aus. Ja, Tigro. Also das so als, ähm, das so als nächstes Rapper-Ding. Ja. Also es gab ja auch mal eine Zeit lang, äh, diese Bärenmützen, die mit so den langen Bommeln an den Seiten, links und rechts. Schapkas. Vielleicht kann man das ja jetzt auch, nee, das so Hipster-mäßig gab's das. Ja, die russischen sowieso. Aber nee, ich mein richtig, dass der Kopf quasi so, als ob der auf deinem Kopf drauf sitzt, der Oberkäfer. Ja, ja, ja. Ah, ich verstehe, ja. Weißt du? Und dann hängen so die Zähne an deinen Schläfen so runter. Richtig geil. Ich denke ja auch, dass die Buffalo-Schuhe, dass die zuallererst erfunden wurden während des Gold Rushs und das waren einfach, das waren einfach so Stumpen aus Büffelfell. Das ist eigentlich auch ziemlich geil. Ja. Wenn du sowas anhast. Also du hast... So, du hast... Wenn die so richtig plüschig sind, dass du so wie so ein Bison aussiehst. Genau. Und das waren, und das waren einfach im Prinzip die, also das war bei der Fleischverarbeitung, waren das einfach die Originalfüße von, von, von Büffeln. Ja. Und da sind dann die Leute einfach reingestiegen, weil die gemerkt haben, ah, krass, damit hat man ja ganz guten Grip. Ja. Und kann auch mal jemanden latschen. Also es waren quasi die ersten Springerstiefel auch der Welt. Und, 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 und schau, Sido hat das ja, hat das Gleiche ja quasi gemacht. Der hat sich einfach, äh, den menschlichen Schädel vors Gesicht gehangen. Genau, weil er dachte... Und ich glaube damit, ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass Sido auch deshalb zu großem Erfolg gekommen ist, weil die Leute dachten, geiler Typ mit geiler Maske. Nee, weil sie seine richtige Fresse nicht gesehen haben. Ja, eben. Wenn er die richtige Fresse gezeigt hätte, wäre er wahrscheinlich nicht zu dem geworden, was er heute ist. Ja. Sondern er müsste, glaube ich, immer noch, äh, Zweitjob im Bürgeramt. Oder so. Ja, und so ist das, und so ist das weitergegangen. Das erste, der erste, ähm, der erste Typ, der geflogen ist, äh, Icarus, das weiß man ja auch, der hat sich ja, ähm, Flügel von so einem, von so einem, äh, von so einer Wachsente, äh, an den Rücken gemacht. Ja. Und die sind dann halt geschmolzen, deswegen ist er gestorben. Aber, aber grundsätzlich, das war auch so. Also man nimmt sich sozusagen, man nimmt die besten, man nimmt die besten Eigenschaften von Tieren und, und setzt sie sich auf. Und, genau, und bevor man sie künstlich herstellt, muss man, rupst man sie den Tieren erstmal ab. Ja. Ja, das, das ist leider so. Aber das kann man ja mittlerweile, muss man ja, kann man das ja auch herstellen oder so. Also es muss ja kein Tier mehr für leiden. Genau, aber um es erstmal, das erste Mal auszuprobieren, muss man's. Das ist so wie bei dem, äh, äh, wie heißt der Film? Freddy Got Fingered, äh, mit Tom Green, wo, wo er gern Comiczeichner werden will und er erfährt so von so einem berühmten Comiczeichner, um Figuren zu verstehen, muss man in sie hinein und wirklich sie sein und so. Und dann überfährt er mit dem Auto einen Reh oder einen Hirsch und dann fällt ihm das wieder ein und dann schlitzt er das auf und klettert da rein und rennt damit dann über die Straße und macht dann, äh, 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 und ist dann, äh, sehr, sehr weirder Film. Das klingt sehr weird, aber ist dann die Figur, die, die Comicfigur, mit der er erfolgreich wird, Bambi, oder? Nee, er hat einen sehr, einen sehr lustigen, äh, äh, der heißt, äh, X-Ray Cat. Das ist eine Katze, die durch Holz, äh, durch Wände sehen kann, aber nur, wenn sie aus Holz sind, durch Stein kann sie nicht gucken. Geil. Ja. Super, super, super Kraft. Stark. Klingt hinzu nach etwas. Und dann hat er noch eine Figur erfunden, den Backwards Man, der ist einfach ein Mann, dessen Kopf umgedreht, auf dem, auf seinem Körper gewachsen ist und deshalb bewegt er sich nur rückwärts fort. Ah ja. Ja. Geil. Es ist wirklich ein ultrabescheuerter Film. Also es ist gar nicht mal so eine große Empfehlung hier. Weil ich finde auch Tom Green gar nicht so geil, aber ich weiß nicht, warum dieser Film mal in meiner Jugend plötzlich von allen geguckt wurde. Vielleicht, weil Tom Green so ein bisschen erfolgreich wurde, durch seine Partizipation in Roadtrip. Ja, ja, genau. Und da fand ich ihn zum Beispiel sehr geil. Mit der Schlange, beste Szene, ich hab mich kaputt gelacht. Ja. Und, aber, aber empfehlen kann ich zum Beispiel, kann ich zum Beispiel, was, was ich sehr toll fand, so ein Film aus dieser Zeit, ähm, äh, nicht noch ein Teenie-Film. Der ist großartig. Ist einfach so ein Verarschungsfilm von allen möglichen Filmen, die es zu der Zeit gab. Ähm, und es ist, der Hauptfilm, also die Hauptgrundlage ist, ähm, eine wie keine. Und, ja. Damit wird, wird das ganze Genre halt, dieser Teenie-Filme, verarschen. Das ist fantastisch. Da geht, kommt zum Beispiel der eine auf den Campus und dann erklären sie so die ganzen Klicken, die es auf dem Campus gibt. Und dann gibt's noch eine Albino-Hippie-Frau. Und die singt ein Lied, die sitzt so im Schneider-Sitz da und so Hippie-Klamotten und singt, mir fehlen Pigmente, wo ist die Sonnencreme? Funny. Mega guter Film. Also ultra dumm, aber super gut. Es gab doch dann auch, äh, es gab doch dann auch, äh, Gruselfilm verarschen, oder? Naja, Scary Movie. Aber Frage, Frage, das hat schon abgenommen, oder? Diese Art der, Ja, leider. Persiflage-Filme. Leider. Das gibt's, wenn dann wahrscheinlich nur als, als, äh, Internet-Clips, beziehungsweise gibt's ja sowas wie, äh, Honest Trailers oder sowas. Das hat das jetzt so ein bisschen abgelöst. Ja, aber man, aber, also ich würde mir wünschen, dass es sowas mal wieder gibt, also dass irgendein Sender mal Geld locker macht, damit man mal wieder, also sowieso fehlt mir ja eine richtig gute Sketch-Sendung, äh, wo Kräumann war sehr, sehr gut, aber es ist halt auch auf Maren Kräumann zugeschnitten, aber trotzdem, mir fehlt so eine richtig dumme Sketch-Sendung, wo mal, wo mal wieder sowas, so, so nicht solche Meilensteine sich etablieren, wie damals zum Beispiel das letzte Mal, glaub ich, bei der Bulli-Parade oder so, oder Wochenschau. Ja, Switch. Und Switch noch, genau, sowas fehlt mir, wo man auch mal wirklich nur richtig wieder dummes Zeug machen kann und da würde ich auf jeden Fall sowas drehen. Wie viel müsste ich dir bieten, äh, um das, äh, damit du, damit du da mitmachst? Weil mir fehlt das auch. Ich würde da sofort mitmachen, ich würde da sofort, also, ich will da auch unbedingt, ich will auch unbedingt da mit starring, so, weißt du, ich will in den Cast. André, folgendes, äh, ich hab so viel, ich schreib mir immer solche Sachen auf, es gibt, also eine Sendung kriegen wir auf jeden Fall voll und die knallt. die, ja, pass auf, die Frau, die Frau, die bei mir, mit mir zusammen, also wir haben auch den, weil im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte wird nicht so viel passieren. Da wird, bei dir, meine Tour wird nicht stattfinden. Also, es ist Quatsch. Ich werde das verschieben. Es ergibt keinen Sinn. Ich hab, ich will das niemandem antun, dann in einem großen Raum mit, also vor allem will ich es nicht mir antun und auch allen anderen. Ich will niemanden gefährden und ich hab keinen Bock auf Scheißstimmung oder verteilte Stimmung, sag ich mal. Das ist seltsam. Aber jetzt, als wir den Livestream gemacht haben, da hieß es doch auch, ins Werk zwei passen mit allen, äh, Abstandsregeln doch immerhin 92 Leute. Ja, aber dann sitzt es halt auch die, in die große Halle. Ja, in die große Halle, aber dann sitzt die letzte Person halt auch hinten an der Tür und ist 150 Meter entfernt von der Bühne. Ja. Also, es gibt ja, es gibt ja schon Läden, auch in Leipzig, die das durchziehen. Ich, ich, ich kann, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, also jetzt, wir haben, wir haben beim Songslim, haben wir ja das Problem auch, den werden wir jetzt auch machen, weil er Open Air stattfinden kann. Außer, es ist, es geht nicht Open Air, dann haben wir ein Problem. Ähm, aber da können die Leute sozusagen stehen und können sich so ein bisschen Musik auch von entfernt anhören. Das geht noch so einigermaßen, obwohl man dafür auch eigentlich Stimmung bräuchte, aber es ergibt keinen Sinn. Jedenfalls, ich habe auf jeden Fall gedacht, in der zweiten Jahreshälfte muss was passieren und ich möchte exakt sowas machen, André, mit Leuten. Wir suchen uns einen Cast, ähm, wir haben, wir haben jemanden für die Orga, äh, und, und Leute, die das filmen und die damit machen, das wird geil, André. Ich habe Bock, ich habe wirklich, das meine ich, das meine ich todernst. Ähm, wir kommen da mal auf dich zu. Sag ich mal. Und dann aber ProSieben. Das, müssen wir gucken, wer es haben will. ProSieben. Ja. Leute, an der Stelle, was, 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 was für eine Art von Sketchen würde euch interessieren? Schreibt uns mal. Nein. Würde mich interessieren. Dann kommt, dann kommt von wegen, dann kommen wieder solche Sachen, die, keine Ahnung, na, sowas, sowas genau, wie die Wochenshow damals. Und dann sind alle enttäuscht, weil es nicht genau die Wochenshow ist. Aber die Wochenshow kennt jetzt keiner mehr, oder? Ja, aber wenn es, aber wenn es, wenn es schlechte Vorschläge sind, dann lesen wir die einfach nicht vor. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Die Zeredis machen keine schlechten Vorschläge. Zeredis sind super, André. Nee, das stimmt. Zeredis sind, der Wahnsinn, sind ganz toll. Ich habe tatsächlich dieses, auch nicht super viel erlebt, außer, dass ich, äh, am Wochenende, ich war, ich muss, Asche auf mein Haupt, ähm, ich war auf keiner der Demos, äh, weil ich war in, an einem Ort, äh, um mal ein bisschen Entlastung zu kriegen vom, vom kleinen Herrn Dings. Wir haben die Schwiegereltern besucht, natürlich mit allen Abstandsregeln. Das war sehr, sehr weird, weil normalerweise sind wir ja eher so in Richtung Swinger. Und, äh, das, also mit Familie auf Abstand zu leben geht, aber ist, ist komisch. Ähm, und die haben uns trotzdem, die waren dann immer mal ein bisschen spazieren mit, mit, äh, mit Sherlock 2 und da konnten wir sogar mal schlafen. Mhm. Das war nicht schlecht, ähm, und gestern, also er hat auch, er hat auch spitze geschlafen, er hat dann immer abends, hat er so drei Stunden am Stück, äh, einfach gepennt während des Tatortes und so. Oh, ich habe den Tatort geguckt, äh, mal wieder seit tausend Jahren und, aber egal, äh, darüber will ich nicht reden. Äh, und gestern Abend sind wir nach Hause gekommen und man muss auch sagen, er hat durchgeschlafen während der Fahrt, vielleicht war das der Punkt, weil normalerweise wacht er dann immer auf und meckert und dann muss man anhalten und ihn aufs Feld werfen und so, aber gestern Abend sind wir nach Hause gekommen und er hat nicht geschlafen, er hat geschimpft, er wollte zurück zu den Großeltern. Ja, vielleicht sind die die besseren Eltern. Vielleicht machen wir das auch einfach. vielleicht können wir uns, kann man das eigentlich machen, also kann man, kann man rein theoretisch sagen, ich habe ein Kind, aber jetzt nicht so, ich fand das machen, okay, das haben nicht so, äh, meine Eltern würden das übernehmen, äh, können die das einfach, können die das, können, nee, können die das danach dann quasi rein rechtlich haben, also können die das, können meine Eltern mein Kind adoptieren? Bestimmt. Oder? Sicherlich. Macht das doch. Muss man halt nur, muss man halt nur schnell sein, weil das Kind ist halt super. Es ist doch auch voll cool, weil dann kannst du auch das immer nur so in den Ferien haben. Aber es ist auch seltsam, weil dann ist halt mein Kind gleichzeitig mein Bruder. Naja, oder du nennst es dann so quasi Cousin. Genau, du meinst, du meinst, du meinst, als ob es von anderen Eltern kamen und dann, die Mischung aus Bruder und Kind, ja stimmt, weil man das dem Kind überhaupt nicht ansieht. Wieso, die sehen da alle gleich aus, die Cousins und so. Überhaupt nicht. Hast du meine Cousins, weil du kennst doch meine Cousine. Was haben meine Cousine und ich bitte miteinander gemeinsam? Gemein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Org. Beide Menschen. Wir haben beide Haare. Wir haben beide Haare. Naja, beide Haare finde ich schon wieder einen Unterschied. Ah ja. Ja, fuck you. Ja, ja, aber nee, das musst du es doch nicht wissen. Meine Güte. Okay, André, also folgendes, wir, wir machen das so. Ich gebe das Kind zur Adoption frei und das kommt zu den Schwiegereltern. Naja, nicht zur Adoption frei geben, weil dann ist es so wie bei Ebay. Dann bietet vielleicht jemand anders schneller. Ja, ich gebe, ich mache eine heimliche Auktion. Ja, private Auktion. Genau, eine kleine private Auktion beim, 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 beim E-Adopt und, und dann haben wir das Kind los und dann machen wir in der zweiten Jahreshälfte Schreiben und produzieren wir. E-Baby heißt es. E-Baby. Sehr gut. Sehr gut. Siehst du? Endlich ein Wortspiel. So, ja, und vorher hast du irgendwie zwei, drei richtig beschissene Wortspiele gemacht und dann hast du dann meine schlechten kopiert und jetzt zack, E-Baby. Es kam einfach so. Es kam einfach so raus. Toll. Wow. Und wir hatten ja auch schon, wir haben ja auch schon, äh, was pointierte Normalität, das war auch schon von dir, das war auch schon gut. Heute läuft's, heute läuft's. So, André, da kriegen wir doch beide direkt gute Laune. Und E-Baby. Machen wir das bitte, machen wir bitte in der zweiten Jahreshälfte so eine Sendung? Mal sehen, wie die Zeit ist. Und was die... Hä? Du hast gerade, du hast gerade noch gesagt, oh, mega geil, sowas würde ich sofort mitmachen, da wäre ich auch sofort im Cast und dann sage ich hier, äh, ich habe genau über dasselbe nachgedacht. Ich verspreche doch hier nicht einfach on-air irgendwas, was nachher sowieso nichts wird. Es wird immer so viel erzählt, ich, ich verspreche's, sobald alles fix ist und man es ankündigen kann. Vorher verspreche ich gar nichts, wenn ich eins gelernt habe, dann das, dass ich nichts mehr vorbespreche. Das ist ja total bescheuert. Ich kündige nichts mehr an, was ich nicht hundertprozentig weiß, dass es passiert. Ich habe schon so viele Sachen angekündigt, wo es, naja, hieß, ah, übrigens, darauf, wo er jetzt alle gerade wartet, das wird nicht passieren. Ähm, warum? Hm, naja, vielleicht einfach nicht genug drüber nachgedacht und zu früh angekündigt. Hä, aber wovon redest du denn? Von allem. Aber alles, was wir bisher gemacht haben, hatte Hand und Fuß und haben wir auch immer durchgezogen. Ja, aber ich, aber ich, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ja, siehste, das ist halt das Problem. Du, du, du versteckst dich da hinter deiner Angst, André. Öffne deine Arme, umarme das Leben und sage, ja, wir machen diese Sendung. Bitte. Bitte, André. Das ist mein, mein letzter Grasalm. Nee, ist in Ordnung, wir müssen es nicht, wir gucken mal. Alles gut. Wir gucken einfach, ob es klappt. Ich hätte es gar nicht erzählen sollen, dass ich genau darüber auch nachdenke, ist mir scheißegal eh. Ich habe eh das Buch, ich werde eh, es ist alles scheißegal. Ich habe das Buch, das Kind, ich muss nichts Neues mehr machen. Ich, du, dann höre ich auf. Ist egal. Okay. Und dann, zack, Überraschung. In der zweiten Jahreshälfte kommen wir damit um die Ecke und dann denken alle, boah krass, die haben uns mega, mega verarscht. Wir dachten schon, die haben wirklich keine Lust mehr und dann bam. Geil. Um jetzt mal ganz listig das Thema zu wechseln. Es ist etwas passiert, worauf ich sehr, sehr nicht stolz bin, aber worüber ich sehr froh bin. Und zwar habe ich gestern das Puzzle weggebracht. Das Puzzle ist jetzt in Behandlung. Es wird geframed, ja? Ja. Und zwar von, nee, es wird aufgeklebt, oder? Nee, es wird geframed von einem Zaredi, vom Stefan und der Stefan macht das. Das ist sehr cool. Steff-Frame? Ja. Nee, nee, nee. Steff-Rahmen. Garantiert kein Problem. Aber vom Preis her bleibt er da im Rahmen, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Aber das ist geil, das ist geil. Der macht das jetzt und das ist super und das einzige Problem war, dass, es sind ja jetzt, ich, also ich kann ja, ich kann ja, es war in einem Stadtteil in Leipzig, wo es viele Kinder gibt und da, wo viele Kinder sind, sind auch immer viele Autos, weil die, äh, ganzen Eltern da auch mit ihren Babybombern rumfahren müssen. Achso, ich dachte, weil, 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 weil. Alles steht voll, dieser Babybomber und ich musste das ja, äh, notgedrungen mit dem Auto da hinfahren, das Puzzle und man kann einfach da, na, Babybomber, so, äh, Minivans, Kombis, das sind so Babybomber und. Wie, also, mein Kombi ist jetzt schon ein Babybomber? Natürlich. Weil ein Baby drin ist? Na, weil ihr zu zweit niemals so ein Auto bräuchtet. Und was ist, pff, das ist deine Meinung, wenn man so ganz viel, wenn man so ganz viel. Holz kauft, ja. Äh, wenn man auf Tour ist und sein Klavier mitnimmt, du bist nicht auf Tour ist Corona, es gibt keine Touren. Du hast ja die Tour gerade verschoben. Ja, genau, ich habe meine Tour verschoben. Du hast ein Buch geschrieben, warum willst du da ein Klavier mitnehmen? Du kannst das Buch nicht auf dem Klavier vorlesen. Äh, so, ich spiele Ihnen jetzt Seite 2 vor. Ich lege mich ins Klavier. Ich lege mich A, M, ne, 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 ne. Was denkst du, warum es Seite heißt bei beiden Sachen? Ja, genau. Hä? Klavier ist ein Seiteninstrument. Dö. Ich könnte auch eine Gitarre nehmen, aber das ist, das Buch ist länger und die Gitarre ist dafür zu klein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich da, habe ich da voll illegal parken müssen. Also nicht mal nur zweite Reihe, das wäre ja schon schlimm genug, aber so. Ist das jetzt auch pointierte Realität eigentlich? Ja, ja, pointierte Normalität? Aber zweite, zweite Reihe, zweite Reihe in der Kurve habe ich geparkt. Seriously? So richtig, dass man beim Aussteigen denkt, das geht schief. Aber es ging nicht anders. Sonst hätte ich dritte Reihe an der Seite parken müssen. Und wahrscheinlich geht es da so nach Zeit, habe ich mich auch gefragt. Wie können die Leute zweite Reihe parken, wenn man, das geht ja nicht, kommt es ja nicht raus aus der ersten Reihe. Aber wahrscheinlich müssen die in der zweiten Reihe eher los. Deswegen geht es. Und dann bin ich irgendwann, habe ich mich ganz doll beeilt, weil ich wirklich Schiss hatte, weil da kriegt man jetzt mittlerweile zu Recht ganz viele Punkte dafür und bin dann halt wieder runter und eingestiegen und dann kamen so zwei Fatis vorbei, die mich so richtig aggressiv gemustert haben. Also sie haben wirklich versucht, mich mit ihren Blicken zu töten. Mir richtig zu sagen, von wegen, und dafür kommst du jetzt in die Hölle. Ja, zu Recht. Aber die gucken dich so an, von wegen so, sie wissen schon, dass sie hier nicht stehen dürfen. Ach nee, ich fahre ja auch sonst immer blind und bin dann völlig überrascht, wo ich mit dem Auto plötzlich ankomme. So, ich fahre doch schon weg, Mann. Dann red wenigstens mit mir und guck mich nicht auf irgendeine komische Art und Weise an. Würde ich genauso machen. Ich schreibe darüber jetzt auf meinem Blog. So, ja, komm, mach. Ich würde es im Podcast erzählen, ehrlich gesagt, wenn ich dich so gesehen hätte. Machen die auch, doch, garantiert. Ja. In ihrem Architekten-Podcast, den sie haben. Ja. Wo sie jetzt in ihrem beschissenen, verglasten Minibüro sitzen vor ihrem scheiß iMac und dann die ganze Zeit sehen, ich habe gestern gesehen, als ich gerade mit meinem E-Scooter unterwegs war. So. So vier E-Scooter, wo sie dann oben so den Kinderwagen drauf montiert haben. Das ist dann so ein E, wie sagt man, was ist das? E-Wagen, E-Kinderwagen. Oh. Ja. Nee, ey, diese Blicke. Allein für diese Blicke. Allein für diese Blicke hast du es gemacht. Mach ich jetzt das jeden Tag. Ja. Fahr heute Abend auch wieder. Fahr ich wieder hin, stell mich da hin und dann sitze ich da im Auto und dann, wenn ich die Blicke sehe, dann wieder, nam, 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 nam. Komm, ich brauche diese Energie. Ich lebe jetzt nur noch davon. Von so, von so, äh, Architekturstudenten-Wut. Davon lebe ich nicht. Ach, jetzt sind es nur noch Studenten? Ja, klar sind das Studenten. Haben die schon irgendwas gerissen in ihrem Leben? Nee. Außer vielleicht irgendwie, Würdest du sagen, Architekten sind grundsätzlich Studenten? Ja, natürlich. Das sind so Bauingenieure, die nicht fertig geworden sind. Ah ja, okay. Verstehe. Nee, ich hab letztendlich mal. Nee, wer war denn? Steile, ich hoffe, alle ArchitektInnen haben es gehört. Nee, nee, wir haben doch hier mal irgendwas davon erzählt über Architekten. Da habe ich doch Architekten so gelobt und dann hat doch irgendjemand geschrieben, von wegen, so geil sind Architekten nicht. Und seitdem fühle ich mich da ein bisschen freigebiger. Weißt du? Verstehe. Und seitdem denke ich so, Bauingenieure sind mindestens genauso cool. Ich weiß nicht, was die machen. Also insofern, es hätte auch einfach, wenn mir jetzt ein anderer Beruf eingefallen, wer hätte es der abbekommen? Ja, weißt du, André, mach da einfach ein Roast der Woche drüber. Nee, Roast der Woche Architekten. Wäre eigentlich ganz geil. Ja. Es ist ja wirklich scheiße, wie die ganzen neuen Häuser aussehen. Oh, nee. Man könnte wirklich. Ja, genau. Es gibt vorne am. Neue Häuser. Es gibt vorne am Island, gab es so eine schöne Villa. Diese Villa wurde abgerissen und nur vorne so ein Stück stehen gelassen. Und drumherum haben sie den hässlichsten Kasten der Welt gebaut. Und ich habe ja durchaus ein Verständnis für Le Corbusier und sowas. Aber ich habe kein Verständnis für Oh, Le Corbusier. Oh, Le Corbusier. So, alles nur noch so wie er machen. Also, nee. Also, diese modernen Betonbunker, hier noch Glas, da noch Glas. Nee, also wirklich. Wirklich. Also wirklich, das haben sie früher. Früher gab es noch keine Fenster. Das ging auch. Genau. Heute gibt es nur noch Fenster. Da gibt es keine Wände mehr. Nur noch Fenster. Hm. Nee, also ich kann es schwer erklären. Aber es gibt moderne Architektur, die mir gefällt. Ich kann es dir erklären. Aber mir gefällt nicht diese moderne Zweckarchitektur. Du bist alt. Nee, gar nicht. Das hat damit nichts zu tun. Mir gefällt wirklich einfach nur diese moderne Zweckbau. Gefällt mir nicht. Wo die Leute dann so tun, als ob es was ganz Besonderes ist. Und das ist es nicht. Es ist tatsächlich nur Zweckbau. Wenn sich moderne ArchitektInnen mal wirklich so richtig ein Bein ausreißen und dann mal was richtig Geiles produzieren. Zum Beispiel da, wo wir in Valencia waren. Das fand ich voll geil. Und das ist ja ultramodern. Du meinst die ... Dieser komische Weltraumbahnhof da. Dieses Museum plus ... Aquarium und weiß ich, was das war. Ja. Ja. Ja, das gefällt mir wiederum nicht. Aber ist nicht ... Also Wohnhäuser sind doch alleine dem Namen nach schon Zweckbauten, oder nicht? Ja, aber ... Ich meine aber trotzdem, dass es Zweckbau im Sinne von ... Es muss auch noch ganz, ganz schnell gehen. Und man sieht, dass es halt nicht ... Das wird immer so getan, als ob es was übelst Künstlerisches ist. Aber es ist es nicht. Es ist halt nur ein scheiß Zweckbau. So, dann tut nicht so, als ob ihr da grad irgendwie was Ultrakünstlerisches hingebaut habt. Sondern es ist einfach nur ein hässlicher Betonbunker. Aber das tun die doch gar nicht. Doch, indem sie halt dann ihre beschissenen Wohnungen, die nichts Geiles haben, plötzlich für 1.500 Euro vermieten. Wieso? Das ist mega nah am Island. Das ist ja schon mal ein Argument. Dann gibt es da ... Also ich weiß, glaube ich, was du meinst. Dann gibt es da hinten diesen Park dran. Ist auch mega geil. Du bist total schnell auf der Bundesstraße. Aber es ist super hässlich. Direkt nebenan ist ein Autohaus, VW. Das ist Autohaus Mühl. Da war ich früher auch, als der Lupo noch gelebt hat. Da wurden wir immer abgeholt, wenn wir nach Jena zum Potri-Slam fahren wollten. Wenn genau alle Leute, die da wohnen und zum Potri-Slam nach Jena wollen mit DJ Rookie ... Wurden da unten nochmal abgeholt. ... können da einsteigen. Also ich sehe ehrlich gesagt nur Vorteile. Immer sonntags 18 Uhr war das. Immer sonntags 18 Uhr. Erster Sonntag im Monat 18 Uhr. Geht es zum Potri-Slam. Also wenn ihr mal zum Potri-Slam nach Jena fahren wollt, dann stellt ihr euch da einfach hin. Dann steigt mit ein. Und wenn da so ein Grumpy-DJ kommt, dann ist das DJ Rookie. Ja. Und der nimmt euch mit. Ja. Vorsicht, der hat einen Hund. Also Hundeallergie. Hundeallergiker innen aufgepasst. Jedenfalls, ich habe gerade widerlegt, dass es sich nur um einen Zweckbau handelt. Das ist für gewisse ... Doch, das ist nur Zweckbau. Jedes Wohnhaus ist ein Zweckbau. Ja, genau. Das sage ich ja. Habe ich ja auch nicht negiert. Zum Beispiel bei mir an der Straße ist es genau andersrum. Und das ist auch super hässlich da vorne. Ja, 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 ich weiß. Aber das hat wiederum mega lange gedauert. Aber ich denke halt so von wegen, ey Leute, ihr habt ein Grundstück in einer Premium-Lage in einem krassen Viertel. Macht doch mal was draus. Ja. Nö, nö, nö. Ne, wir machen es wie alle. Genau. Genau sowas. So, oh ey. Überall drum hast du irgendwelche geilen Gründerzeithäuser. Und ich will auch gar nicht, dass ihr irgendwie Gründerzeit nachbaut. Überhaupt nicht. Ihr könnt schon versuchen, irgendwas Eigenes zu machen. Aber dann macht doch einfach nicht Bauhaus nach und dann aber schlecht. Weißt du was? Weil die Bauhaushäuser, zum Beispiel die Meisterhäuser, habe ich ja schon tausend Mal erzählt, die Bauhaushäuser, die Meisterhäuser in Dessau. Da, ähm, Richtung Zibik übrigens. Die sind der Wahnsinn. Wenn ihr da mal reingehen dürft, geht da rein. Das ist geil. Ich würde sofort da einziehen. Ich sag dir eines, André. Ich glaube, ich hab die Lösung, warum das so ist. Ich glaube, es ist einfach die Vielzahl an Möglichkeiten, die die Leute schier erschlägt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist billig, verhältnismäßig billig. Aber Leute mit Geld glauben, es strahlt Wohlstand aus. Und es strahlt ja auch einen Wohlstand aus, weil es einfach sinnlos teuer ist, aber ungerechtfertigt. Ich dachte, es ist billig. Es ist auf jeden Fall nicht teuer zu bauen, meine ich. Deswegen ist es billig, aber nicht, aber teuer zu mieten. Nee, ich finde, du bist da in deiner Kritik noch nicht, du bist da noch nicht, also du bist häufig sehr präzise. Es gibt alles einen Sinn. Ja, ja, du bist sehr präzise häufig, aber da bist du noch nicht präzise. Ach doch, 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 doch. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Ich hab das, das hab ich ja letztens erzählt. Was ist denn nun? Ist es teuer oder billig? Ist es Zweck oder? Oder ist es Zweck oder nicht? Also, du musst, bitte sag, ich verstehe ja, worauf du hinaus willst. Ich finde nur, es ist noch nicht, es ist noch nicht on point. Das hab ich ja letzte Woche schon erzählt bei Selling Sunset, sodass die da so übelste Villen verkaufen für 20 Millionen Dollar und dann sind das Holzwände. Ich denke, ey, für 20 Millionen Dollar kaufe ich mit dem Holzhaus. Ja, siehst du, aber das passiert dir natürlich in Deutschland nicht. Da gibt's keine Holzwände. Nee, nee, das stimmt. Also, das ist wahrscheinlich auch verboten. Das ist wahrscheinlich, da sagt jeder Handwerker, Öfken, Öfkensten, Holz bauen wir nicht. Ja. Wenn, dann machen wir das nur außen an den Beton ran. Ja. Doch, wahrscheinlich schon. Es gibt ja auch so Holzhäuser, oder? Aber da hätte ich Angst. Das ist auch so tief in mir verwurzelt mittlerweile, dass ich bei Holz Angst hab, dass das in zehn Jahren auseinanderfällt. Was ist denn da mit deinem Schwedenwagen? Das ist Metall. Ah ja, okay. Verstehe. Doch, wirklich, da ist Metall drin. In dem Holz? Nee, unterm Holz, ja. Also, es hat einen Metallkorpus. Genau. Und da dran ist Holz. Ich glaub, ja. Also, ja, ich weiß es. Ich glaube zu wissen. Ich weiß, dass ich glaube. André, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will doch einfach nur, dass du besser wirst in deiner Wut. Das ist mir noch zu, das ist mir nicht zielgerichtet genug. Das ist, du fliegst dann noch zu sehr um das Thema drum rum. Geh doch nochmal in dich und denk darüber nach, was dich eigentlich daran stört. Und dann kommen wir vielleicht irgendwo hin. Aber das musst du nicht heute machen. Da denkst du jetzt mal eine Woche dran rum und dann regst du dich nächste Woche ganz, ganz gezielt. Nee, ich find ja impulsiv viel besser. Da ist viel mehr Emotion dabei. Also, gar nicht mal so viel planen. Also, schon das vorher ausarbeiten. Aber es muss schon eine echte Grundwut da sein. Dann ist es authentisch. Mich kriegst du damit nicht. Mich schon. Also, ich krieg mich damit auf jeden Fall. Du kriegst dich damit selber. Ich merke auch, wenn ich das nochmal so zur Kontrolle gucke, wie ich denke, auf jeden Fall. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sitze ich vorm Rechner und denke so. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Aber was zum Beispiel mich sehr beruhigt ist, wobei ich auch irgendwie mir dann eingestehen musste, dass es auch durchaus ironisch aussah. Ich habe mal wieder Gerhard Richter Painting geguckt. Eine wunderbare Doku über den Maler Gerhard Richter. Der, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht mehr der teuerste Maler der Welt, aber war er mal. Und diese Doku ist ganz, ganz toll. Riesengroße Empfehlung. Und nebenbei habe ich ein bisschen Malen nach Zahlen für Erwachsene gemacht. Und diese Ironie war schön. Die hat mich sehr beruhigt, dass der da sitzt hinter Bildern, die eh kaum jemand bezahlen kann. Und ich davor sitze und quasi das ideell genauso mache. Mit anderen Worten, wenn du das nächste Mal eine Architektur-Sendung guckst über die teuersten Architekten der Welt, was weiß ich, Frank Lloyd Webber oder wie die alle heißen, dann müsstest du dazu eigentlich ein 3D-Puzzle machen. Das war geil. Ich war ja mit Tim Stafford, als wir in Chicago waren, beim Fußballspielen. Und dann sind wir danach noch an den Frank Lloyd Webber-Häusern vorbeigefahren. Ah, der heißt wirklich so? Siehst du, habe ich einfach mal ... Oder heißt der so? Ja. Ich glaube, Frank Lloyd Webber ist ein Musical-Macher. Wright heißt er. Frank Lloyd Wright. Das ist der Architekt. Und die sind voll geil. Also die sind richtig geil, diese Häuser. Also da stehen natürlich nicht alle. Der hat ja überall welche. Aber in Chicago, in den Suburbs stehen ein paar. Und richtig geil. Die haben wir angeguckt. Und den, den ich meinte, das war kein Architekt, sondern ist Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber. Und er hat das Phantom der Oper und Cats und Evita und Starlight Express und Jesus Christ Superstar gemacht. Also er ist der krasseste Musical-Dude aller Zeiten, Frank Lloyd Webber. Stimmt. Obwohl ich eher Fan von Bernstein bin. Und Frank Lloyd Webber, der hat Musical-Häuser gebaut. Genau. Frank Lloyd Webber hat, genau. Das war der gemeinsame Bruder. Also die Eltern von Andrew Lloyd Webber und Frank Lloyd Wright haben sich scheiden lassen, haben zufällig miteinander geheiratet, noch ein Kind gehabt. Und das war Frank Lloyd Webber, der bekannte Musical-Haus-Architekt. Genau. So war's. Haben wir wieder was gelernt heute. Toll. André, was schreiben denn die Leute so? Also weiß ich ja selber auch. Ähm, warte mal. Ähm, vielleicht noch, äh, zwei, zwei Dinge noch. Ähm, erstens mal, äh, danke liebe Zaredis, äh, für den Support beim, äh, Lesebühnen-Livestream letzte Woche Donnerstag. Das war... Ja, super cool. ... sehr cool. Ähm. Ähm, das hat echt viel Spaß gemacht und ich glaub, da war auch irgendwie gefühlt der halbe Discord-Server, äh, anwesend. Ähm, falls ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann abonniert uns doch bei Spotify, schreibt uns, äh, sehr gern eine Bewertung bei Apple Podcasts, ähm, besorgt euch, äh, irgendein Shirt, Beanie oder Sticker im Shop, shop.teamtotalezerredung.de oder wie gesagt, kommt auf den Discord-Server discord.teamtotalezerredung.de. Äh, ansonsten, ich glaub, wenn die Folge rauskommt, heute Donnerstag, äh, spiel ich endlich mal wieder Outlast, also da wären wir noch den DLC zu erledigen, Whistleblower, und ich hab ja letzte Woche, hab jetzt, hab jetzt eine Weile nicht, hab jetzt eine Weile nicht gespielt, weil letzte Woche hab ich, äh, ein Spiel empfohlen bekommen, Visage hieß das, das hab ich dann gekauft für 20 Euro und das waren die schlechtesten 20, schlechtesten investierten 20 Euro meines Lebens, also kein Front gegen die, die mir das empfohlen haben, alles gut, aber ich war wirklich so enttäuscht, dass diese 20 Euro so verschenkt waren, und das kann ich sagen, obwohl ich letztens direkt beim Aussteigen im Parkhaus meine Parkkarte verloren hab und 20 Euro nachzahlen musste, das war dagegen top angelegt, das Geld. Ähm, aber Lifehack, man kann bei Steam Spiele wieder zurückgeben, wenn man sie nicht so lang gespielt hat, und dann kriegt man das Geld zurück, das hab ich gemacht. Ach, guck. Jetzt hab ich wieder Geld zu investieren, und, äh, dann gucken wir mal, müssen wir mal nochmal überlegen, welches nächstes. Also Donnerstag, glaub ich, um 8 oder so. Los, leg los. Ja, bei den, äh, bei den, äh, Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcasts, ähm, äh, falls ihr Tee Samui kennt, der hat letzten Mittwoch, äh, das geschrieben, weswegen wir euch am Anfang gesagt haben, dass wir, äh, dass wir keine, keine rechten Theorien verbreiten, äh, weil der das nämlich festgestellt hat, dass wir das ja gar nicht tun, sondern dass wir links sind. Ähm, wenn ihr Tee Samui kennt, sagt doch mal Bescheid, das ist nämlich das Blöde an den Apple, äh, Rezensionen, die sind so, sag ich mal, so uninteraktiv. Und er hat uns deabonniert, und jetzt weiß ich nicht, ob wir ihm das nicht nochmal, äh, mitteilen können, dass er ein Assi ist. Ähm. Ist doch okay, ist doch, also ich find's ja auch mal okay, wenn jemand sagt, er find's doof. So. Ja, ja, aber, aber, aber aus welchen Gründen, also ich meine, wann ist ihm das aufgefallen? Ähm. Na, jetzt nach 89 Folgen hat er gemerkt, also lang genug hab ich gedacht, das ist alles nur, die machen sich, das ist alles Ironie. Und jetzt hat sich halt der Verdacht eingeschlichen, dass er dachte, vielleicht meinen die den letzten Satz immer doch gar nicht ironisch. Das ist ja scheiße. Bis 89, bis 89 hab ich mir das angeguckt. Dafür bin ich 89 nicht zum Podcast gegangen. Nee, dafür hab ich 89, dafür hab ich 89 deabonniert. Ja, genau. Ähm, ähm, uns wurde geschrieben, und zwar, äh, wie immer an, äh, an alf.atim.totalezerredung.de, das bin ich, und an post.atim.totalezerredung.de, mir hat aber auch jemand geschrieben bei Instagram, ähm, und zwar ein, ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist, ich war erst mal irritiert, weil das fing an, ähm, also ich kannte den nicht, das wurde mir, es war eine Nachrichtenanfrage, und es ging so los, hi, so this is going to sound a little weird, und dann war ich schon so, ah ja, okay, gut, jetzt machen die das, jetzt, jetzt gibt's Spam-Mails auch bei Instagram oder was. Also ganz nettes Spam. Ähm, genau, und dann ging das weiter, äh, jedenfalls, ich lese es mal vor. Hi, so this is going to sound a little weird, but apparently a lot of people think we look alike. Nein, 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 Moment. Nein, wirklich, wirklich. Warte, André. Bitte, bitte. It's, it's, it's fucking true. Jeppe SP hat mir geschrieben. Er ist es, Tattoo-News. Warte, das war doch der, 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 der Tim. Habe ich gerade geguckt, Tim, deine Dekroni-Flasche, hat's ausgelöst. Or even Matthew, long story short, I have a bottle of liquor in Copenhagen intended for you, and if you write me an address, I can send it to you. Nein, du fährst da hin. Pass auf, möchtest du die ganze Konversation, die wir hatten? Ja, 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 ja. Ich habe ihm geantwortet, hi, it's very nice to hear from you, there are indeed a lot of people that travel to Copenhagen to visit your Tattoo-Artist-Studio. Because me and my friend talk about it in our comedy podcast. In one of the earlier episodes, someone sent us the picture you are talking about. Since then, our listeners see the Tattoo-Studio as some kind of religious place. And then they started bringing presents. So, the bottle is actually, the bottle is actually for you, not for me. I hope you don't feel insulted. That is what German people think is funny. Okay, seine Antwort. Haha, that's hilarious. Thanks a lot, I suppose. Und dann habe ich geschrieben, I think we would make a lot of people happy if when I ever come to Copenhagen, we would take a picture. A fan made me a copy of your Tattoo, non-permanent, I would put it on. Ja, bitte. Dann habe ich ihm ein Foto davon geschickt. Dann habe ich ihm noch ein Foto von unserem Flyer geschickt. Und dann hat er geantwortet, I don't know what to say, that's one of the funniest and weirdest things I have ever experienced. Jawohl, jawohl. I would love to take a picture. Und dann hat er aber noch ... Das ist wirklich Thema-Total-Material, das ist ja so geil. Und dann hat er noch gesagt, dass ... Er findet es gut, dass wir ein Foto machen, aber ich muss mich früh genug melden, weil er ist ... Er ist ja natürlich immer auf See. Er hat ja tatsächlich geschrieben. You are very welcome. When you do plan to go to Copenhagen, let me know a pretty good time in advance. I'm a sailor, so I'm out of town pretty much six months of the year. Ihr könnt euch natürlich auch auf dem Meer treffen. Ich werde ihn einfach fragen, ob er vielleicht kurz nach Leipzig segeln kann. Über den Saale-Elster-Kanal. Kommt doch mal rum mit seinem tänischen Kriegsschiff. Jules, ich wäre sofort bereit, mich da finanziell dran zu beteiligen, wenn du da hinfährst und den triffst. Könnt ihr euch bitte was ausmachen irgendwie? Ja, wir machen uns was aus, aber es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ja, na klar, aber vielleicht ... Ja, natürlich. Vielleicht soll ich bis dahin ja mal skypen. Ach, ist das schön. Ich muss mal gucken, er hat, glaube ich, meine Freundschaftsanfrage war noch nicht angenommen. Oder ich will ihm eigentlich ... Nee, 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 der wird jetzt auch hart drüber nachdenken, ob er deine Folgeanfrage annimmt, weil er jetzt auch denkt, alle Bilder, die er da hat, werden demnächst in Deutschland als Aufkleber irgendwo hingeklebt. Das kann natürlich sein. Ach so, ja, das habe ich auch noch geschrieben. Warte mal. Ich habe das doch, ich habe doch noch was total Lustiges geschrieben. Habe ich? Weiß ich nicht genau. Jedenfalls ... What can I say? You are famous for 50k Germans, habe ich geschrieben. Lustig. Egal, also er hat sich ... Jeppe, also Tertullius, Tertullius is real. Und ich denke über kurz oder lang ... Und er ist natürlich auch ein cooler Typ, wie wir das vermutet haben. Er ist tatsächlich ... Er war, also er hat sich wirklich drüber gefreut offensichtlich und ist sehr nett. Ja. Also Luise, die das damals, das Bild geschickt hat, schau, was du angerichtet hast. Es ist großartig. Es ist einfach nur schön. Da gibt es jetzt einen dänischen Marineoffizier, der ... Der das jetzt alles erzählt. Der das jetzt wahrscheinlich gerade seinen Kumpels erzählt. Ja. Die stehen wahrscheinlich gerade an der Reling und holen das Tau ein. Und, oder was die so machen. Und, und, und ... Und er sagt so auf Dänisch schon wegen, glaubst du es, ich bin übelst fame. In Germany. Ja. Ist das schön. Ist das eine tolle Geschichte. Ja. Ach, herrlich. Kommen wir mal zu anderen E-Mails nach dieser großartigen Nachricht. Kathleen hat uns geschrieben, hey ihr beiden irre, mein Sohn, drei Jahre alt, räuspert sich immer mal haargenau so wie mein Vater, ohne ihn zu kennen. Was ist denn da los? Ich hab das auch erst irgendwann gecheckt, das Räusper meines Sohnes kam mir halt immer total vertraut vor. Mein Mann machte mich dann darauf aufmerksam, dass unser Kind sich öfter mal räuspert. Es wurde mir dann klar, dass das eine krasse Verknüpfung meiner Kindheitserinnerung zur Gegenwart ist. Das ging darum, weil ich ja gesagt hab, dass ich huste wie mein Vater. Ja. Und dass ich glaube, dass man so bestimmte Sachen einfach so wie die Eltern macht, zwangsläufig. Also beste Grüße Kathleen. Vielen Dank Kathleen. Danke. Ich überlege, mach ich Sachen wie mein Vater? Also ich seh halt so aus, ich lach so, haben wir ja schon geklärt. Ich hab auch ein Faible für gutes Essen und guten Wein, obwohl ich wirklich extrem lange keinen Alkohol mehr getrunken hab. Das ist fast schon zur Gewohnheit geworden, möchte ich sagen. Ansonsten fällt mir jetzt nicht so viel ein. Oh, darf ich ganz kurz reingrätschen? Klar. Ja, auch gute Empfehlung. Die Doku Alkohol, der globale Rausch, hab ich letztens geguckt. Also wer sich irgendwie ein bisschen mit dem Thema auskennt und damit meine ich nicht, wer viel säuft, der würde schon einiges wissen, aber ich fand zum Beispiel total toll, wie Island es geschafft hat, die Begegnung mit Alkohol von 15-Jährigen von irgendwie paar und 40 Prozent auf 5 Prozent zu senken. Und also einfach, da wird so dargestellt in der Doku, warum Alkohol die größte legale Droge in ganz Europa ist und eigentlich in der Welt ist und warum die Regierungen eigentlich nichts dagegen tun und mit welchem Interesse sie das tun und was man tun könnte. Also dass sie auch nicht handlungsunfähig sind, sondern direkt was machen könnten, wenn sie nur wollten. Gute Doku, können wir uns nicht mal anschauen. Okay, danke. Gibt's bei Arte, kostenlos. Arte zeigt Alkoholismus. Ja. So, hier, ich hab was, André, was ist denn jetzt mit ... Es ist einfach, ich hab seit Ewigkeiten nicht geraucht, das wird alles lose. Das fällt so in großen Fetzen von meiner Lunge ab und muss dann halt irgendwie raus. Das klingt aber so trocken, dein Husten. Also ich will jetzt nicht schon wieder Corona labern. Okay, das ist feucht. Nass. Okay, cool. Sehr gut. Hier, Nachtrag Stoa hab ich hier. WG Nachtrag Stoa. Ja, äh, da Mirko schreibt, lieber André, lieber Julius, zunächst möchte ich einen Gedanken zur Brulosophie hier lassen, denn mein eigener kategorischer Imperativ lautet wie folgt, handle stets nach derjenigen Maxime, nach der du niemandem auf den Sack gehst. Ja, aber das ist ja aber schon der kleine Herrmann. Ja, ja, natürlich hab ich das von allen anderen Menschen auch erwartet, aber sie sind mir immer und überall auf den Sack gegangen. Ja. Die halten sich einfach nicht daran und tun mir das mit Absicht an, obwohl mich die meisten gar nicht kennen und ich ihnen wohl egal bin. die machen, was sie wollen und deshalb braucht sich etwas Neues, das ist der Stoizismus. Aber er hatte nicht letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche noch gesagt, dass die Menschen, dass man den Menschen nicht unterstellen soll, dass sie es mit Absicht machen, sondern einfach nur annehmen soll, dass sie halt so sind und es eben nicht mit Absicht machen, damit man… Ja, deswegen, ja, das ist ja der Punkt, da so hat er, so ist er immer reingegangen. Ach so, er hat, ach so, er ist immer so, okay, verstanden. Und dann hat er den Stoizismus für sich entdeckt, um irgendwie mit diesem Gedanken klarzukommen. Aber ich meine, jemanden die ganze Zeit zu beschuldigen… Nee, nee, hab ich jetzt verstanden. …macht ja auch was, das macht ja auch was mit dir, weißt du, das macht ja, wenn du das nicht loswirst, dieses Gift… Siehst ja, was aus mir wird. Genau, du wirst ein unpräziser, ein unpräziser kleiner Mecker-Opa. So, das ist, weißt du, so, André meinte, es klingt nach Fatalismus, das kann ich so nicht stehen lassen, denn es geht um das Handeln aus der Ratio statt der Emotionen heraus, siehst du, da sind wir schon wieder. Viele praktizierende Stoiker zeichnen sich durch hohes Engagement aus, wie Cato der Jüngere, der versuchte, die Republik gegen den diktatorischen Cäsar zu verteidigen. Digga, der ist 5000 Jahre tot. Cäsar, wowi, wow. Markus Aurelius gilt heute als der beste römische Kaiser. Nelson Mandela überwand sogar seine Wut über die Apartheid mit Markus Aurelius' Schrift Selbstbetrachtung und engagierte sich tugendhaft und rational bei der Überwindung der Apartheid, statt sich für das erlebte Unrecht zu rächen. Will ich damit euch beide zum Stoizismus bekehren? Auf gar keinen Fall. Wenn aus André's Rose der Woche die Gelassenheit der Woche und aus Julius' Ich hasse Menschen, Glückseligkeit sei mit euch Würde, könnte ich mir das nie verzeihen. Ich liebe es viel zu sehr, wenn ihr euch über etwas aufregt. Was ist das für eine Kack-Mail gewesen, Mirko? Nein, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut, Mirko. Danke, vielen Dank für den Nachtrag. Markus Aurelius, also, oder wie sie ihn hier nennen, Mark Aurel, ist wirklich cool. Das ist dieser Dude, der einfach irgendwann angefangen hat, Philosoph zu werden. Also, sich wirklich quasi später zu entschieden hat. Guter Typ. Habe ich mal in der Uni gehabt, bevor ich meinen Philosophiestudium abgebrochen habe. Ist wirklich interessant. Danke, Mirko. Ähm, außerdem hat uns geschrieben, äh, Sophie oder Sophie, weiß ich noch nicht. Lieber André, lieber Julius, der Jingle zum Ende der letzten TDZ-Folge läuft noch und mein Beschluss steht fest. Kalter Entzug. André verzichtet auf Cola gegen Kopfschmerzen und ich auf Laktose gegen Bauchschmerzen. Das ist nämlich mal ganz dringend nötig, da ich offensichtlich Laktose-intolerant bin. Aber das ist doch eh jeder Zweite, oder? Danke, André, für die Motivation dazu. Offensichtlich. Woher kommt das eigentlich mit den ganzen Allergien? Hatten, dass die in der Steinzeit auch schon zu dem Argument, dass Menschen, die in ihrer Kindzeit sich draußen im Dreck gesuhlt haben, weniger anfällig für Allergien sind? Kann ich nur Pustekuchen sagen. Ich bin in kleinen Minidörfern mit Wald groß geworden, habe trotzdem jeden Scheiß an Allergien. Vielleicht sind die Menschen mit dem Fortschritt von Medizin und Klimaanlagen einfach weniger anfälliger geworden. Tut mir leid fürs Zuschwallen, irgendwie denke ich wegen dem Virus, dessen Name nicht genannt werden darf, weil ich es echt nicht mehr hören kann, öfters über sowas nach. Jetzt aber wieder zurück zum Wesentlichen. Anders als André fange ich heute nicht an, am Freitag an, sondern morgen am Samstag, weil mein Frühstück aus Müsli, Joghurt und Schokolade bestand und Knirpsi und ich heute Abend einen Anime-Abend mit Pizza bestellen machen werden. Hierbei sollte ich vielleicht anmerken, dass Knirpsi mein kleiner Bruder ist und wir die Ferien in vollziehen Zügen genießen. Ansonsten noch was zu den Schwaben. Da schreibt sie, dass die Schwaben manchmal echt intolerant sind, vor allem wenn sie einen nicht kennen. Ich habe immer zu den stummen Zerides gehört, aber vor einer Woche bin ich im Krankenhaus aufgewacht und jetzt bin ich ein gefühlt neuer Mensch. Vielen, vielen Dank für die lustigen Stunden mit euch, eurem beschissenen Zeigen. Grüße aus dem Schwabenland de Sofi. Danke, Sofi. Was war denn los im Krankenhaus? Das ist plötzlich so eskaliert. Wegen der Laktose? Ich hoffe doch nicht. Hast du zu viel Milch getrunken und dann ist dein, also ich will mich jetzt gar nicht lustig machen. Erzähl die Geschichte, Sofi. Krankenhausgeschichten sind super interessant. Also es mag ja fiese Aberglaube sein, aber es wird ja immer gesagt, dass man so alle sieben Jahre neu aufgestellt wird körperlich und ich habe auch keine Allergien, außer dass ich von Eis husten muss und von Lachen auch husten muss. Würstchen? Dass ich Würstchen nicht vertrage, aber das habe ich auch schon immer. Deswegen, aber ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sagen, dass sie einfach mit, je älter sie werden, irgendwann bestimmte Sachen entwickeln und ich würde da jetzt nicht unbedingt so einen zeitlichen Maßstab ranhängen, aber vielleicht ist das ja einfach so. Gibt es aber, ich glaube es gibt genauso viele Leute auch, die gewisse Sachen ententwickeln. Ja, ja, absolut. Also so ist es zum Beispiel bei Neurodermitis, die, das weiß ich, denn ich kenne gewisse Leute in meinem näheren Umfeld, die sich mit Neurodermitis rumschlagen und das ist bei Kindern, also gibt es ja neugeborenen Akne und dann neugeborenen Dermatitis und dann, und das geht aber alles weg oder es geht halt nicht weg oder es kommt wieder, wenn man mal schwanger wird oder Frau mal schwanger wird oder wie auch immer. Ich glaube, ich glaube, das Beste ist wirklich auf viel rausgehen, außer man hat eine Sonnenallergie und auf Zucker verzichten. Aber was weiß ich denn? Übrigens, in puncto Akupunktur, habe ich jetzt mal geguckt, ich glaube, ich kann da nicht hingehen, das sind ja alles übelste ESO-Praxen. Da hängen ja Mandalas an der Wand und so, da kann ich, glaube ich, nicht hingehen, ohne zu lachen. André, dann lässt du. Nee, ich würde ja wirklich gern, ich muss noch einen Ort finden, wo sowas halt nicht ist. Also, falls jemand sowas in Leipzig kennt, gern mal eine E-Mail an posteteam-total-zerredung.de. Aber wirklich, ich kann da nicht hingehen, wenn da Klangschalen an der Wand hängen. Also, André hätte, wünscht sich, glaube ich, einen... Einen ernsten Heilpraktiker. Ja, einen, genau. Jemand, der sagt, also es ist schon das meiste Scheiße, was ich hier mache. Wie so eine Zahnarztpraxis nur, oder eine Zahnärztin-Praxis, wie sagt man? Sagt man Zahnarzti-Praxis? Äh, ja. Wie so eine Zahnarzti-Praxis? Also, wenn du sagen willst Zahnärzte oder Zahnärztinnen-Praxis, dann sagst du Zahnärzti-Praxis. Genau. Sag ich Zahnärzti-Praxis oder Zahn... Das ist der Plural. Ah ja, Zahnärzti-Praxis. Okay, jedenfalls also eine Praxis von einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin oder mehreren Zahnärztis. Zahnärztis, ja. Und, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich ihn auswollte. Ich wollte eine Mail vorlesen. Nee, vorher wollte ich noch was fragen. André, was ist denn eigentlich mit deiner Cola-Wette? Ähm. Du wolltest ja nach dem, du wolltest letzten Freitag anfangen. Ja, hat sich noch nicht so ergeben. Machst du jetzt nächste Woche, ja? Hm. Du, ich verurteile dich nicht. Nö. Es ist, du, du, also es ist ja nicht so... Ich nehme das auch völlig an, dass ich das noch nicht gemacht habe. Aber ich habe es wirklich noch nicht gemacht. Aber es ist ja gut, dass du, sag ich mal wirklich... Ich war auch so übelst müde am Wochenende. Nein, das ist... Da habe ich das noch gebraucht, um nicht gänzlich ein Wochenende im Winterschlaf zu verbringen. Ich muss sagen, ich finde das einfach gut von dir, dass du da... Aber genau das ist das Beispiel, was ich vorher meinte. Lass mich ausreden. Nichts anfänglichen, während man es nicht macht. Ich bin sehr stolz darauf, dass du deiner eigenen Maxime da komplett entgegen gehst. Aber das habe ich letzte Woche schon gedacht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, sowas zu machen. Und heute haben wir darüber geredet und schon siehst du, dass es... Deswegen mache ich das nicht. Du hast es aber nur gedacht und nicht gesagt. Ja, ja. Sagst es beim nächsten Mal noch und dann... Also so ist es halt nur peinlich für dich. Ich finde es gar nicht peinlich. Ich finde es ja sehr, sehr menschlich. Aber es ist mir halt unangenehm, weil es mich menschlich dastehen lässt. Und das finde ich falsch. Weil es stimmt nicht. Ich bin nicht menschlich. Ich bin ja, wie gesagt, von einem anderen Planeten. Ich wollte gerade fragen, ist das Gegenteil von peinlich menschlich? Ja. Also nee, um Gottes Willen. Menschlich ist ein Synonym für peinlich. Also hast du dich gerade selbst widerlegt. Das ist ja toll. Es ist mir peinlich, weil es menschlich aussieht. André, du schlingerst. Du solltest wirklich noch zwei, drei Wochen nicht auf Cola verzichten. Du bist mir nicht konzentriert genug. Es ist mir peinlich, weil es mich menschlich wirken lässt. Ja. So. Wolltest du nicht eine Mail vorlesen? Ja, aber ich wollte vorher noch ein bisschen rumsticheln. Ach, das ist okay. Das ist okay. Es ist halt nur die Wunde, die eh schon offen ist. Kommt rein. Ja. Lieber André, lieber Julius. Von Lisa. Nachdem ihr mich monatelang täglich unterhalten habt, bin ich nun an dem Punkt angekommen, vor dem sich Jedeck X Zeredi der späten Stunde fürchtet. Ich habe die aktuelle Folge gehört und mir fehlt das Schmunzeln und Lachen sehr, wenn ich mir auf der Arbeit die Kopfhörer in die Ohren stecke, um mich von den Kollegen abzuschotten. In Klammern, ich hasse Menschen. Mir bleibt also wie vielen anderen Zeredis, wie war das nochmal mit dem Plural, nur das Warten auf den nächsten Donnerstag. Ganz herzlichen Grüßen möchte ich an dieser Stelle den Busfahrtminister. Dank ihm habe ich angefangen, euren Podcast zu hören und habe es nie bereut. Ein Hoch auf unseren Busfahrtminister, Busfahrtminister. Egal. Bustermann. Bustermann, ja. Vielen Dank für die großartige Unterhaltung und den gestrigen Stream der Lesebühne. Da wird das Heimweg gleich ein bisschen weniger, da ich in Thüringen geboren und aufgewachsen bin und in Leipzig sechs Jahre gelebt habe. Viele Grüße aus dem fernen Aachen, der Lieber. Aachen? Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt immer so nenne. Aachen. Das ist wie bei Joachim Meyerhoff, wo der auch sagt, dass die Oma immer, wenn es einen Doppelvokal gibt, den immer doppelt ausspricht. Also, oder Doppelkonsonant, dass die sagt, lieber Gott. Und dass du jetzt sagst, du machst halt mit… Ist es nur beim Konsonanten? Ja, nee, die macht es nur mit Konsonanten und du machst es jetzt halt mit Vokalen. Das ist auch gut. In Aachen. Das ist ganz gut, oder? Das ist ganz witzig. Aachen. Ja. Was gibt es noch? Keine Ahnung. Ist Baden-Baden auch mit A-A? Nee. Nein, aber zum Beispiel der ostfriesische Ort Leer. Leer, ja, genau. In Leer, wo wir einen Sonnenstich gekriegt haben. Ja. Ich habe noch eine Mail von Kiki. Hallo, ihr beiden. Ich muss André trösten. Was du im Ethikunterricht gelernt hast, ist völlig richtig. Der Mensch ist vernunftbegabt. Was im Unterricht vielleicht unter den Tisch gefallen sein mag, nicht jede… Ach so, nicht jede nutzt seine, ihre Talente und ungenutzte Talente verkümmern irgendwann. Freue mich auf die nächste Folge, Kiki. Wie hat man das rausgefunden, dass der Mensch vernunftbegabt ist? Also gibt es die… Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Aber Vernunft, darüber wird doch heute noch gestritten, was es überhaupt ist und ob es das gibt von den PhilosophInnen, oder? Von den Philosophies. Naja, Vernunft, Vernunft ist ja auf jeden Fall zum Beispiel, also ich denke, das gab es schon in der Steinzeit, zum Beispiel war es sehr vernünftig von dem Typen, der keine Beine mehr hatte nach dem Steinschlag, nicht nach Säbelzahntigern zu jagen, sondern lieber Werkzeuge für die anderen herzustellen und so sein eigenes Überleben sicherzustellen. Also gibt es schon so eine Grundvernunft, auf die man sich einigen kann, von wegen, das ist auf jeden Fall vernünftig. Ja, es ist halt nur die Frage, ob das der gesunde Menschenverstand ist oder was wir als gesunden Menschenverstand bezeichnen oder Logik oder, also da wüsste ich, da bin ich jetzt auch nicht firm genug in der Vernunftdebatte, als dass ich da… Ja, aber ich würde sagen, es gibt schon so eine Grundvernunft, also zum Beispiel, dass man sich grundsätzlich, dass Mensch sich grundsätzlich nicht mit spitzen Gegenständen ins Auge piekst. Genau. Also wahrscheinlich ist Vernunft einfach so eine, letztendlich ein Überlebenstrieb. Na und es könnte dann ja aber auch sein, dass zum Beispiel, trag eine Maske, um andere zu gefährden, nicht zur Grundvernunft gehört, sondern einfach zur Extravernunft gehört. Und deshalb haben vernunftbegabte Wesen, kann man bei vernunftbegabten Wesen auch nicht darauf wetten, dass sie es im Endeffekt auch sich dran halten. Genau, weil es immer sozusagen auch, es gibt immer Aktualisierungen auch. Ja, der kleine Hermann, wie sag ich immer, kleiner Hermann, das heißt doch der… Jetzt heißt der kleine Hermann. Heißt es wirklich der kleine Hermann? Ach, jetzt muss ich erstmal gucken. Es ist schon der Hermann. Der Hermann, ich weiß. Ja, ja. Warum komme ich denn auf den kleinen Hermann? Weil du klein bist. Ich bin überhaupt nicht klein. Und damit mache ich kein Bodyshaming, sondern du bist halt einfach 1,30. Überhaupt nicht. Hä, das haben wir doch beim Stream letzten Wochen fest. Ich bin so knapp unter Abstandsregel. Sodass, wenn man mich hinlegt, man immer noch ein Stück randenken muss. Man muss an dich immer noch einen Zentimeter dran denken. Ja, und dann hat man den Abstand. So, ich habe noch eine Mail, außer wir wollen uns noch weiter über Vernunft unterhalten. Gerne. Das halte ich nicht für vernünftig. So, hier, nochmal me again. Nochmal Johnny Weltfrieden. Wir haben jetzt eine Privatkonversation mit ihm. Oder er heißt eigentlich Johnny Weltfrieden. Hallo, Julio. Hallo. Oh Gott, das ist ja anstrengend. Hallo, Julius. Hallo. André. Nee, eh. Keine Duisburger Schule bei mir. Das war unsere Vermutung, dass er Songpoet der Duisburger Schule ist. Aber ist er nicht. Er ist gerade bei Folge 72. Danke für eure Erwähnung letztens. Gerne. Aufmerksamkeit ist wie Balsam für die Seele. Das tut sehr gut. Dann nehme ich mir gerne ein Beispiel dran und schenke meinen Mitmenschen mehr Aufmerksamkeit, gerade den Unbekannten. Er nennt seine Lieblingsfilme. Kann ja jemand, der Bock hat, auch mit in die ... Gibt es denn Lieblingsfilme-Chat? Es gibt die Zeredi-Empfehlung, da kann man die einfach reinhauen. Okay, hier hat er ... hat er Pulp Fiction, Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Ja, Megafilm. 2001, Odyssee im Weltraum. Habe ich noch nie über die Affen hinweg geschafft. Dogma? Ach, guck das mal, André. Dogma finde ich auch ganz nett, ja. Und er schreibt da in Klammern mit Alanis Morissette als Gott. So, und noch eine Frage an Julius. War es bei dir auch so, dass mit der Geburt deines Kindes auf einmal Dinge, die vorher unglaublich wichtig waren, auf einmal in den Hintergrund traten? Dass sich Einstellungen, die du für unumstößlich hieltest, plötzlich quasi unwichtig wurden? Antwort, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Alkohol. Aber vorher schien Alkohol ganz schön wichtig gewesen zu sein. War super wichtig, natürlich, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen, die keine Eltern werden, nie durchmachen. Dass Einstellungen, Prinzipien oder Vorstellungen, die einem absolut wichtig waren, von denen man sich nie trennen, hätte wollen, trennen können, oh Gott, von einem zum nächsten gänzlich unwichtig waren. Das glaube ich nicht. Weil auf einmal dieses, ich wäre da auch. Das glaube ich nicht. Wenn jemandem die Beine abgehackt werden, dann merkt er auf jeden Fall, dass es auch ohne Beine geht. Selbst wenn er ein Kind hat? Ja, auch ohne Kind. Ja, jedenfalls, also die Frage ist, also ... Ich weiß, was er meint, aber ... Prinzipien oder Vorstellungen, die einem absolut wichtig waren, von denen man sich nie trennen hatte, wollen, trennen können, oh, von einem Moment zum nächsten gänzlich unwichtig waren, weil auf einmal dieses zarte, unschuldige, so wunderbar gut riechende Wesen alles überstrahlt, auch das eigene Dasein. Ich freue mich, von euch zu hören, Donnerstags, Donnerstags, Grüße, John, nie. PS, das Hören als Ferien vom Ich, oder war es doch das Du? Ach, egal, du blöde Kuh. Okay, vielen Dank, jetzt wissen wir, dass du tatsächlich kein Songpoeter Duisburger Schule bist. Das ist viel zu banal gewesen, dieser Reim. Davon abgesehen, würde ich sagen, die Gefahr besteht tatsächlich, glaube ich, schon bei mir, dass ich mich vernachlässige, weil da jetzt plötzlich dieses andere Teil ist. Und ja, das ist ... Tatsächlich habe ich seit zwei Tagen keine Haare gewaschen, weil es ist scheißegal. Weißt du, das Kind denkt die ganze Zeit, Alter, wasch die Haare, wasch die Haare, wasch die Haare, schreit. Ich schreie jetzt so lange, bis er sich die Haare wäscht. Ah! Also ich glaube, es kann ... Und dann kommt es zu Oma und Oma und Opa haben sich die Haare gewaschen und das Kind denkt, endlich kann ich schlafen. Was ich sagen will, ich glaube, es ist alles anders, aber es ist eben auch nicht alles anders. Also es ist ... Ich würde da nie vergleichen wollen, weil es ist extrem subjektiv mit dem ... Mit Kind. Also keine Ahnung, ich würde jetzt niemals dir zum Beispiel, André, sagen, ey, du verpasst jetzt übelst was, weil das wird dein Leben total bereichern. Und kosmisch gesehen, ich würde immer sagen, kosmisch gesehen, ist es überhaupt nichts Besonderes. Nee, kosmisch gesehen ist es exakt das, was passiert. Also das ist ja ... Das ist ja ... Evolution oder nicht? Fortpflanzung. Nee, kosmisch gesehen, damit meine ich so von wegen ... Also im ganzen Universum, was so passiert, ist es absolut zu vernachlässigen. Total, aber ich glaube, darauf zielte Johnnys Frage gar nicht ab, sondern natürlich auf meine subjektive Empfindung. Und die ist so, dass ich hin und wieder mich auch da vergewissern muss, dass ich selbst auch Wünsche und Vorstellungen und Ziele habe, die vielleicht nicht zwingend was mit dem kleinen Herrn Dings zu tun haben. Und das ist auch gut so, weil sonst gebe ich mich auf und dann ... Also dann ist das letztendlich nur ein Substitut für jede andere Sucht, die ich zum Beispiel aufgegeben habe. Hast durchgespieltes Kind, meinst du? Hast durchgespieltes Kind. Liegt jetzt in der Ecke rum. Genau. Das habe ich befürchtet. Habe ich ja schon befürchtet. Hast dich lange ... War lange Spielspaß. Ganz lange durchgezogen, ne? Hat eigentlich lange Story relativ, also schon ein paar Monate dran gespielt, aber gab es ein Ende oder hast du einfach gedacht, es ist zu schwer geworden? Also Kisa habe ich nicht so lange durchgehalten. Weißt du, war das so ... Also hast du, um bei der GTA-Metapher zu bleiben, war es irgendwann zu schwer oder hast du einfach keinen Bock mehr gehabt? Es ist zu schwer. Okay. Und es ist halt auch mal das Gleiche, oder? Die Story geht nicht so schnell voran. Die Leute sagen mal 18 Jahre Spielspaß. Aber das hätte man auch kürzen können auf ein Jahr vielleicht. Es ist zwischendurch mega nervig, wenn dieses ... Also wirklich, ich habe dann auch ... Es ist wie ein Tamagotchi, oder? Es ist komisch, dass die Natur das so nachgebaut hat. Es ist genau dasselbe. Es ist genau dasselbe, André. Die Natur hat sich da abgeguckt von Tamagotchi. Der kleine Herr Dings ist einem Tamagotchi nachempfohlen. Es hat auch dieselbe Form. Na klar. Ja. Es ist aber so ein Fake. Weißt du, was der Trick war? Es ist aber ein Tomogachi. Ja, und das Ding ist, und du musst mal ... Prüf mal Folgendes. Als ich mein erstes Tamagotchi gekauft habe, waren wir im Urlaub in Spanien. Und ich habe mir ein spanisches Tamagotchi gekauft. Habe die Anleitung nicht verstanden. Und das Erste, was man am Tamagotchi machen muss, ist die Uhrzeit einstellen. Und ich habe gedacht, ich muss einstellen, wann das nächste Mal gefüttert werden soll. Und dann habe ich eingestellt, zwei. Weil ich dachte, zwei Stunden, dann bin ich bereit zu füttern. Dann hieß es aber, dass ich das auf zwei Uhr morgens gestellt habe. Was dazu führte, dass als wir geschlafen haben, das Tamagotchi ... Und das war irgendwie so abends. Und dann hat das Tamagotchi ... Ist halt aufgewacht, als wir gerade Nacht hatten. Und hat die ganze Zeit gepiept. Und mein Vater wollte es dann vom Modellbalkon schmeißen. Und dann habe ich erst durch Zufall von einem anderen Kind, was ich kennengelernt habe im Urlaub, gelernt, dass man da die Uhrzeit einstellen muss. Und dann ging es plötzlich. Also vielleicht prüfst du mal, ob ihr den Herrn Dings nicht vielleicht falsch eingestellt habt. Das ist ein sehr guter Hinweis. Mal die richtige Uhrzeit einstellen. Sehr gut. Super funny. Aber ich weiß, es war überhaupt nicht funny. Mein Vater ist voll ausgerastet. Wollte es wirklich vom Balkon schmeißen. Das glaube ich. Natürlich. Naja, das vielleicht noch zum Abschluss. Sehr gute Geschichte. Pointierte normalität. Dein Vater ist schon einfach ... Dein Vater ist schon echt ne Wurzeln. Die Serie von meinem Vater wäre auch richtig geil gewesen. Auf jeden Fall. Ich habe auch vorhin so ein Video gesehen, wo Leute im Garten etwas anzünden. Ich verlinke euch das mal in der Infobox bei YouTube. Ist super witzig. Und darauf ist mir dann eingefallen, wie mein Vater auch mal, so wie jeder in Sachsen-Anhalt, einen Grill anzündet. Also man feuert den an und dann nimmt man eine Spiritusflasche und hält die da rein. Und dann hat mein Vater ... Aber dann passiert natürlich irgendwann, passiert es jedem Mal, dass dann der Strahl ... Dass es zurückfeuert? Dass der Strahlfeuer fängt. Und so war es bei meinem Vater auch. Und ich weiß noch, ich habe bis heute noch diesen genialen Blick vor Augen, wie mein Vater mich angeguckt hat und man hat genau lesen können von wegen, oh je, was denn jetzt? Wo halte ich denn das jetzt hin? Es war zu geil. Und das war aber kurz bevor er es dann auf dich gehalten hat und du deine Augen verloren hast. Nee, was er gemacht hat, und das war geistesgegenwärtig, glaube ich, ganz gut, er hat die richtig in den Boden gerammt, weil die haben ja so eine Spitze quasi in die Erde gerammt und ist dann quasi weggegangen, falls es doch innen weiter brennt. Hat es aber nicht. Nee. Siehst du, und das ist sehr, sehr interessant, weil da habe ich als Thüringer wahrscheinlich wirklich einen evolutionären Vorteil. Weil wir können aus ... Kannst du jeden Grill anmachen? Ja, natürlich. Ja? Also da wäre ich ja dabei. Ich würde dir gern so fünf Grills, so einer ist komplett nass, einer hat keine Kohle und du machst die dann an. Bei einem gibt es keine Kohle, nur Spiritus. Und da musst du dann eine Wurst machen da drin. Ja. Das wäre so geil. Gründchen, easy. Neue Wette, die Wurstwette, die Grillwette. So ein Thüringer, wir prüfen die Thüringer Identität. Wenn du so eingebürgert wirst, musst du das testen als Thüringer. Grill anmachen. Natürlich, natürlich. Kein Problem. Easy. Ja gut, belassen wir es doch dabei. Liebe Zaredis, vielen Dank fürs Zuhören. Gibt es noch Schinge, Julius? Leute, seid keine Rassisten, sprecht nicht mit Rassisten. Das ist, glaube ich, obsolet, das zu sagen. Aber vielleicht auch nicht. Denn irgendwie haben wir ein Rassismusproblem. Außerdem große Empfehlung. I am not your Negro gibt es, glaube ich, auf Netflix. Aber auch auf YouTube hat auch Anna aus Dresdner geschrieben. Bin ich voll dabei, habe ich schon gesehen. Sehr, sehr gut. Schaut mal die Doku. Und ja, seid einfach keine Assis. Und nutzt euer White Privilege. Man wartet, dass jetzt ein Beat kommt, ne? Ja, voll. Und jemand rappt. Ja. Passiert aber nicht. Scheiße. Kannst du nicht? Ein pointierter Normalität, ist das schon der Folgende? Oder? Ne? Okay. Okay. Let's go.